Hallo Community, wir sind es von Trader Online Video Julian, Tag und ich der Micha. Ja und heute gibt es ein ganz besonderes Unboxing, nämlich Zeitspirale Remastered. Mit Verlosung, viel Spaß! So, da liegt die Box schon. Ich mache mal schon mal hier die Folie ab. Ein absolutes Highlight, denn wir haben Draft Booster, 36 Stück, Geschichte neu verdreht. Schreiben Sie, wir freuen uns über einen der beliebtesten Blöcke aller Zeiten neu vorstellen zu können, in ein jetzt einziges Erlebnis verpackt. Zeitspirale Remastered vereint die aufregendsten Karten aus Zeitspirale, Weltenchaos und Blick in die Zukunft, kombiniert mit Karten von heute mit nostalgischem Magic-Kartenrahmen. Also zum einen die Highlights aus drei Sets und dann nochmal garniert mit einem Extraslot, wo alle möglichen guten Sachen drin sind. Wir haben schon in den News, haben wir schon ein bisschen gespoilert. Kurz vorneweg, die Edition ist limitiert aufgelegt. Deswegen steigen jetzt bereits schon die Produktpreise. Also wenn es euch interessiert, wartet nicht zu lang, denn es ist heiß, Leute. Aber kommen wir erstmal schnell zur Verlosung, denn von Dragon Shield haben wir auch eine heiße Sache, nämlich Matte Printed Sleeves. Dragon Shield ist ja ein langjähriger, renommierter Höhlenhersteller und die kriegen das auch wirklich super hin, Artwork Sleeves zu drucken, in einer sehr hohen Qualität. Sieht auch wirklich super aus. Also hier entsprechend, ich habe mal aus meinem schwarz-weißen Kaltheim-Engel-Deck, habe ich mal eine Karte mitgebracht. Sie ist auch, die passt auch gut rein. Hinten ist auch alles komplett blickdicht, fühlt sich auch gut an. Also ich bin ja auch ein Dragon Shield Fan, also ist wirklich ein sehr, sehr guter Höhlenhersteller. Könnte nichts mit falsch machen. Ihr nehmt an der Verlosung teil. Wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert, dann wünschen wir euch viel Glück. Und schaut gerne mal im Shop nach, da gibt es noch andere Motive. So, jetzt aber zu unserem Highlight. Ja, 36 Packs sind drin. Wir sehen schon, Slipper sind drin und dann machen wir hier mal schön halbe halbe. Und wollen mal gucken, was wir so ziehen. Also wir müssen uns ein bisschen Zeit nehmen bei dem Video, denn wir haben in den News nur ein paar Highlights besprochen. Aber es ist wirklich vollgepackt. Wir werden damit auch ein Steel Deck spielen. Es wird also noch Deckbauer-Videos zu uns geben. Auch das ist ein Tipp von uns an euch zu Hause. Einfach, wenn ihr euch die Edition holt oder euch ein Disco holt, das vielleicht erst mal zu bespielen. Denn es ist also Draft Edition designt. Und ein Steel Deck kann man natürlich auch daraus bauen. Ja. Und Duell-Videos gehen dann auch noch online. Oh, ich merke schon, es lässt sich schwerer öffnen. So geht's. Einfach mit Gewalt. So, jetzt geht's los. Da haben wir schon die erste Karte. Wo wir sehen, geht mal ein bisschen näher noch an. So, wo wir sehen, wupp. Wir haben Tod und Gegengangen. Man kann also entweder das eine oder das andere spielen. Tod fügt eine Kreatur seiner Wahl zwei Schadenspunkte zu. Oder Gegangen, übrigens eine Kreatur seiner Wahl, die du nicht kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Auch nochmal Spann für das Multiplayer. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier in Marta. Für sechs Mana, ein Spieler deiner Wahl, wirft drei Karten ab. Da haben wir die Aussetzungsfähigkeit. Das hat praktisch den Zeitspirale-Block auch so außergewöhnlich gemacht, dass da zum ersten Mal die Aussetzungsfähigkeit drin war. Heißt, du zahlst ein schwarzes Mana. Statt diese Karte aus deiner Hand zu wirken, für fünf Mana, kannst du ein schwarzes bezahlen. Und sie mit vier Zeitmarken, deswegen Aussetzten vier, ins Exil schicken. Entferne zu Beginn deines Versorgungsregiments eine Zeitmarke von ihr. Wenn die letzte Zeitmarke entfernt wird, wirke die Karte, ohne ihre Mana Kosten zu bezahlen. Ja, kann man natürlich auch jetzt gerade mit den vorherbestimmten Karten aus Kaltheim, wo es nochmal viel mit ins Exil auch irgendwie gezählt wird. Also kannst du auch bestimmt wieder gute Faxen mitmachen. Aber bestimmt, ja. Wir gehen mal weiter. Krummklauen-Umwandler. Für vier Mana, drei, eins Vogelzauberer aufblitzen. Drei, eins fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, vertausche die Stärke und Widerstandskraft einer Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges. Der Anfang, da nochmal mit der Aufblitzenfähigkeit, kannst du auch in der gegnischen Runde spielen. Ja. Kurzzeitiges Flimmern. Für zwei Mana spontan, zauberst du eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst ins Exil und bringe sie dann unter der Kontrolle ihres Besuchers ins Spiel zurück. Mit Rückblende für vier. Du kannst diese Karte aus seinem Friedhof ihre Rückblendekosten wirken, schicke sie danach ins Exil. Auskeimender Pallet. Für drei Mana und Pilzwesen 2-2. Zu Beginn des Versorgensegments legst du eine Sporenmarke auf den auskeimenden Taliden. Entferne drei Sporenmarken von den auskeimenden Taliden. Erzeuge ein 1-1 grünen Saarbrülling Kreaturen. Spielstein. Opfere ein Saarbrülling, eine Kreatur deiner Wahl. Erhält plus 1, plus 1, plus 1, wenn es zu ist. Also haben wir auch wieder Pilze. Ja, genau. Das sind jetzt ja alles Karten aus den drei Serien. Blastis Mykoderm. Für vier Mana, zwei, vierer Pilzwesen. Zu Beginn des Versorgensegments legst du eine Sporenmarke auf das Blastis Mykoderm. Entferne drei Sporenmarken von Blastis Mykoderm. Erzeuge ein 1-1 grünen Saarbrülling Kreaturen. Spielstein. Opfere ein Saarbrülling. Jede Kreatur, die du kontrollierst und die ein Pilzwesen oder ein Saarbrülling ist, erhält plus 1, plus 1, plus 1, wenn es zu ist. Ich bin sehr gespannt, was wir uns daraus bauen. Ja, mal gucken. Das ist Kirkscharmane. Drei Mana, zwei, zwei Goblin. Kann außer von Artefaktkreaturen und oder roten Kreaturen nicht geblockt werden. Siegel der Uhrzeit. Für zwei Mana, eine Verzauberung. Opfer das Siegel der Uhrzeit, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Auch immer gut. Dunkelstes Verdorren. Für sechs Mana, spontan Zerber, zerstöre eine nicht schwarze Kreatur deiner Wahl. Wahnsinn, ein schwarzes. Falls du diese Karte abwirfst, wirf sie ins Exil ab. Wenn du dies tust, wirke sie für ihre Wahnsinnskosten oder leg sie auf deinen Friedhof. Das heißt, wenn irgendwas dich in eine Karte abwerfen lässt, dann kannst du sagen, statt sechs Mana, hier, zack, dann zeige ich nur ein schwarzes. Ja. Und dann wirf sie entsprechend diese Karte ab. Kannst du zu den Wahnsinnskosten sprechen. Knoten in der Logik. Für zwei Blau und X, Spontanzauber, wühlen. Mit jeder Karte, die du aus deinem Friedhof ins Exil schickst, während du diesen Zauberspruch wirkst, bezahlst du eins seiner Kosten. Ein farbloses Mana seiner Kosten. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Bärschatz zahlt X. Ja. Na, Counter Spell, wo du einfach sein kannst, du kannst entsprechend da nochmal Karten aus dem Friedhof für die Kosten benutzen. Lanova Lehrmeister. Für ein grünes 1-1er Elf-Spruchwandler und für grün und tappen wirf eine Karte ab. Da kannst du zum Beispiel auch Wahnsinn mit triggern. Er zeuge einen 1-1 grünen Elf-Druide-Kreaturen-Spielstein namens Lanova-Elf. Er hat ein grünes Mana für tappen. Der kann also entsprechend da die Elfen anlernen. Ist gut. Verlorene Auraschöpfer. Jetzt sind wir gerade schon bei den ungewöhnlichen Karten. Ja. Für vier Mana drei Dreier-Menschzauberer. Verschwinden drei. Also erstmal neue Fähigkeiten für dich alles, ne? Ja, alles neue Fähigkeiten, habe ich gesehen. Diese Kreatur kommt mit drei Zeitmarken ins Spiel. Entferne zu Beginn deines Versorgungssegments eine Zeitmarke von ihr. Wenn die letzte Zeitmarke entfernt wird, opfere sie. Ja, okay. Es bleibt also praktisch nur drei Runden da. Ja. Wenn die verlorenen Auraschöpfer sterben und falls keine Zeitmarken auf ihr lagen, kannst du deine Bibliothek nach einer Verzauberungskarte durchsuchen, sie ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek mischen. Kann man auch recht viel sagen. Utopia Mykun, das ist zum Beispiel eine sehr teure, ungewöhnliche Karte. Für ein grünes Mana 02, beziehungsweise jetzt im Reap schon wieder da, Pilzwesen, zu Beginn deines Versorgungssegments legst du eine Spurenmarke auf den Utopia Mykun. Entferne drei Spurenmarken von ihm, erzeuge einen 1-1 grünen Saarpoling-Kreaturen-Spielstein. Opfere einen Saarpoling, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe. Oh ja. Saarpoling sind auf jeden Fall ein Thema in diesem Set. So, jetzt kommt die Rare. Düsterwald-Märchenerzähler. Für drei Mana ein Baumhirte, Stärke 2, Widerstandskraft 3. Immer wenn ein Spieler ein Nicht-Kreatur-Zauber-Spruch wirkt, kann jeder Gegner des Spielers eine Karte ziehen. So, und jetzt kommt der Slot. Oder? Nee, doch noch nicht. Doch. Doch. Geschmolzener Regen. Da sehen wir, da haben wir jetzt das alte Design. Ja. Und das ist ja eine gewöhnliche Karte aus Merodin damals gewesen. Zerstörer, ein Land deiner Wahl. Falls es kein Standardland war, fügt der geschmolzenen Regen dem Beherrscher des Landes zwei Schadenspunkte zu. Ein sehr guter Land-Strux-Spell. Und auch praktisch, weil Merodin ja auch schon älter ist, ist der auch schon teurer geworden. So, und dann haben wir Lanova-Elfen als Token. Wir können ja Lanova-Elfen-Token machen. Ja. So, dein Booster. Zack. Mock-Kriegs-Marschall. 1-1 Goblin-Krieger mit Echo-Kosten. Für ein rotes und ein beliebiges zu Beginn des Versorgungssegments. Und falls du diese bleibende Karte seit Beginn deines letzten Versorgungssegments unter deine Kontrolle gekommen bist, opfere sie. Es sei denn, du bezahlst ihre Echo-Kosten. Das heißt, du bezahlst einmal die Spruchkosten und musst dann nochmal die Echo-Kosten in der nächsten Runde bezahlen. Ansonsten geht die. Wenn der Mock-Kriegs-Marschall ins Spiel kommt oder stirbt, erzeugt einen 1-1-roten Goblin-Kreaturen-Spielstern. Das heißt, der bringt zweimal den 1-1-er. Einmal, wenn er ins Spiel kommt und einmal, wenn er stirbt. Ja. Eindringling Ilwek für 3 Mana. 3-1. Wirf eine Karte ab. Lass das Leben wieder Madness triggern. Also Wahnsinn. Der Eindringling Ilwek erhält Irrealität bis zum Ende des Zuges. Das ist auch wieder so eine besondere Fähigkeit. So eine alte Fähigkeit. Das ist eine alte Fähigkeit. Nein. Er kann nur von Kreaturen mit Irrealität geblockt werden und kann auch nur solche blocken. Das ist praktisch so eine Schattenebene. Ja. Die irreale Ebene. Amulett der Piraterie. Für ein Blaues. Spontan-Zauber. Bestimme eines. Eine Kreatur deiner Wahl erhält Inseltarnung bis zum Ende des Zuges. Das heißt, die kann nicht geblockt werden, solange der verteidigende Spieler eine Insel kontrolliert. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 2 plus 1 zum Ende des Zuges. 2 plus 2 minus 1. Oder ein Spieler deiner Wahl wirft eine Karte ab. Kurzfristige Isolation. Für zwei Mana aufblitzen verzaubert eine Kreatur. Verhindere einen Schaden, der von der verzauberten Kreatur zugefügt würde. Ja. Octavis Gerda. Für ein grünes Fliegend Eile. Stärke 2 Widerstandskraft 1. Mit Echokosten haben wir gerade erklärt. Du musst es also praktisch doppelt bezahlen, wenn er da sein soll. Da bleiben soll. Ja. Meucheln. Für drei Mana. Hexerei. Zerstöre eine getappte Kreatur deiner Wahl. Blasenkopfschlange. Für acht Mana. Sechs ist Sechser. Die Blasenkopfschlange kann nicht angreifen, es sei denn der verteidigende Spieler kontrolliert deine Insel. Wenn du keine Insel kontrollierst, opfere die Blasenkopfschlange. Und die hat Morph für sechs. Das heißt, du kannst die Karte verdeckt für 3 als eine 2-2-Kreatur wirken. Und decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Morphkosten auf, die dann entsprechend sechs Mana lernen. Als unwürdig beurteilen. Für zwei Mana, spontan zauber. Bestimme eine angreifende oder blockende Kreatur deiner Wahl. Hellsicht 3. Decke dann die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Als unwürdig beurteilen, fügt der Kreatur Schadenspunkt in Höhe der ungewandelten Mana-Kosten der aufgedeckten Karte zu. Ach komm, wir haben aber trotzdem Hellsicht 3 noch mal mit dabei. Das ist ein sehr starker Schaden. Ja, finde ich auch gut. Kann ich gar nicht mehr. Chromatischer Stern für 1. Artefakt für einen Mana und tappen. Opfer den chromatischen Stern, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe. Wenn der chromatische Stern aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, ziehe eine Karte. Ja. Uralter Groll für 2 Mana, spontan zauber. Zwischere ein Artefakt deiner Wahl. Rückblende für ein grünes. Du kannst also aus dem Friedhof für ein grünes nochmal sprechen. Sorgfältiges Abwägen für 4 Mana, spontan zauber. Ein Spieler deiner Wahl zieht 4 Karten und wirft dann 3 Karten ab. Falls du diesen Zauberspruch während deiner Hauptphase gewirkt hast, zieht der Spieler stattdessen 4 Karten und wirft dann 2 Karten ab. Ja. Das sind ja schon die Ankommens. Ja. So, da haben wir wieder eine teure Ankommenkarte. Avior-Gedankenzensor für 3 Mana, 2,1 Vogelzauberer. Aufblitzend fliegen. Falls ein Gegner eine Bibliothek durchsuchen würde, durchsucht der Spieler stattdessen die obersten 4 Karten in der Bibliothek. Oh ja, verständlich. Das ist stark. Mykologe. Für 2 Mana, Mensch-Duoide 0,2. Zu Beginn deines Versorgungssegments legst du eine Sporenmarke auf den Mykologen. Entferne 3 Sporenmarken von Mykologen. Erzeuge einen 1,1 grünen Sapolin-Kreaturen-Spielstein. Opfere ein Sapolin. Du behältst 2 Lebenspunkte dazu. Ganz viele Sapolin-Kreaturen. Ja, du kannst es. Also sowas ist auch immer sehr cool, wenn du mit solchen Sachen spielst, wie das immer, wenn eine Marke gelegt wird, dass immer doppelt so viele Marken gelegt werden zum Beispiel. Eat, hohe Arcania. Für 5 beliebige Einweises 1 Blaues, 3 5er legendärer Mensch-Zauberer mit Wachsamkeit. Also tappt nicht mehr im Angriff. Für tappen. Enttappe eine angreifende Kreatur deiner Wahl. Verhindere allen Kampfschaden, der in diesem Zug zugefügt wurde und von ihr zugefügt würde. Also verursacht kein Schaden und erhält kein Schaden mehr. Spannender ist aber, den entsprechend mit den Aussetztenkosten zu spielen. Dann kostet er nur ein Blaues, ein Weißes und braucht dann 4 Runden, bis er ins Spiel kommt. Ja, genau. So. Ätherrüstung. Eine sehr schöne Kreaturenverzauberung für ein Weißes. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat Erstschlag und erhält plus 1, plus 1 für jede Verzauberung, die du kontrollierst. Oh, auch ziemlich, ziemlich stark. Das ist natürlich so der Burner in so einem Verzauberungsdeck. Oh, eine richtig coole Spielsteinspinne. 2, 4. So, meiner. Ja, wir haben natürlich auch richtige Money Rares hier drin im Reprint. In dem Timeshifted-Slot sowie auch regulär. Der Tamogolf ist ja drin und viele andere schöne Sachen. Mal gucken, wir brauchen natürlich auch was Gutes finden jetzt hier. Grinsender Igneos für 3 Mana 2, 2 Elementarwesen. Für Rot bringe den grinsenden Igneos auf die Hand seines Besitzers zurück. Erzeuge ein rotes und 2 farbloses Mana. Aktiviere die Fähigkeit nur zum Zeitpunkt, zu dem du auch an Hexerei wirken könntest. Ja. Rati Fallensteller. Für 2 Mana 1, 2. Und für Schwarz und Tappen tappe eine Kreatur deiner Wahl. Der wird dem Sealed wieder sehr gut sein. Tularianischer Wachposten. Für 4 Mana 1, 3 fliegend. Für Blau tappen, wirf eine Karte ab. Wir bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ich bin sehr gespannt, wie ich sie spielen werde. Weil das ja wieder mal ganz andere Fähigkeiten jetzt sind. Wie hier nochmal. Flankenangriff, ich habe binatische Kavallerie. Damals hat der irgendwie, viele haben das immer falsch verstanden. Aber Flankenangriff ist keine Flankenverteidigung, kann ich nochmal sagen. Also für 2 Mana, 2, 2. Mensch, Ritter, Flankenangriff. Heißt immer, wenn eine Kreatur ohne Flankenangriff diese Kreatur blockt, erhält die blockende Kreatur minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 zu. Ist ja eigentlich ganz einfach, ne? Ja. Okay. Eigentlich schon. Düsterwald Barlot für 6 Mana 5, 5. Aussetzen 5 und dann liegt man hier nur für 1 grünes. Muss aber 5 Runden warten. Oh, aber. Jetzt Aussetzen ist stark. Das ist nicht schlecht. Es gibt auch da wieder Magic Karten, die einfach diese Marken runternehmen lassen. Zum Beispiel. Lymphremazuri, da ist der erste Remazuri. Hat lange. Für 5 Mana, 3, 3. Ja, das ist ja auch jetzt die Essenz aus 3 Sets. Das ist ein großes Set auch, ne? Du siehst auch hier, 289 Karten sind insgesamt enthalten. Und dann hast du noch den Time-Shifted-Slot, ne? Alle Remazuris haben Absorbieren 1. Das heißt, falls eine Quelle an Remazuri Schaden zufügen würde, verhindere einen dieser Schadenspunkte. Das kann ein Kampfschaden sein oder sonst irgendwas. Kann auch stark sein. Dann schlucken die erstmal schon mal einen Schaden so weg, ne? Ja. Kohlenheizer. Für 4 Mana, 3, 3. Wenn der Kohlenheizer ins Spiel kommt und falls du ihn auf deine Hand gewirkt hast, erzeuge 3. 2 rote Mana. Auch gut. Reflex Remazuri, da haben wir schon einen guten. Für 4 Mana 2, 2. Alle Remazuri-Kreaturen haben Eile. Ja. Die teilen ja immer ihre Fähigkeiten, ne? Direkt drauf. Ja, ja. So, aber es gilt für alle, ne? Also das heißt, wenn du da jetzt eine Zeitspirale Remazuri-Duell halt machst, so gesehen, und es gilt halt für alle. Ja, der geht auch. Ja, tödliche Raupe. Für 3 Mana, 3 1er Insekt mit Verschwinden, haben wir gerade erklärt, ne? Das sind 3 Marken drauf kommen, die dann immer weggehen. Wenn die tödliche Raupe stirbt und falls keine Zeitmarke auf ihr lag, erzeuge einen 6,1 grünen Insekt-Kreaturen-Spielstern mit Verhülltheit. Verhülltheit heißt, er kann nicht das Ziel von Zauberspringen oder Fähigkeiten sein. Der kann aber dann eine Mutfassdeck blocken, so. Ja. Immerändernde Weite, Land. Für Tappen, Opfer, die immerändernde Weite, durchsucht deine Bibliothek nach einer Standard-Karte, bringen sie getappt ins Spiel und mischt dann danach deine Bibliothek. Ist einfach so ein Slot drin. Blitzaxt. Hier ist bei den ungewöhnlichen Karten. Für ein rotes Mana, Spontanzauber, wirf als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, eine Karte ab oder bezahle 5. Also eigentlich wollen wir eine Karte abwerfen. Die Blitzaxt fügt einer Kreatur deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Ja. Die macht richtig was weg. Ausstimmt. Jetzt, äh, dritter Remazuri in einem Lüster. Kata Plasma Remazuri. Läuft. Für drei Mana, zwei, zwei der Remazuri. Alle Remazuris haben zwei Mana, tappen, regeneriere einen Remazuri deiner Wahl. Das heißt, das nächste Mal, dass der Remazuri zerstört würde, tappe ihn stattdessen, entferne ihn aus dem Kampf und heile allen auf ihm vermerkten Schaden. Haben sie auch gut erklärt nochmal wissen. Man kann das praktisch auch im Vorfeld schon machen. Das sagt, sie legt da praktisch so eine Regenerations-Trigger drauf. Ja. Paradiesfeder für vier Mana, Artefakt. So wie sie ins Spiel kommt, bestimme eine Farbe. Immer wenn ein Spieler ein Zauberspruch der bestimmten Farbe wird, kannst du einen Lebenspunkt dazu erhalten. Wenn ein Spieler ein Zauberspruch einer beliebten Farbe wird. Und für Tappen Erzeuger Mana der bestimmten Farbe. Das finde ich auch gut. Ja. So. Plötzliche Beeinträchtigung ist die Rare-Karte. Für drei Mana, spontan Zauber, Sekundenbruchteil heißt, solange dieser Zauberspruch sich auf dem Spruchstapel befindet, können Spieler keine Zaubersprüche wirken oder Fähigkeiten aktivieren, die keine Mana-Fähigkeiten sind. Das heißt, wenn du den Spruch sprichst, dann ist das der letzte Spruch auf dem Stapel. Du kannst keinen Spruch oder Effekt nachlegen. Bis zum Ende des Zuges verlieren Kreaturen, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, alle Fähigkeiten und haben Basisstärke und Widerstandskraft 0,2. Das ist ein Spontan-Tauber. Das kannst du auch richtig schön im Kampf nochmal machen und dann einfach alles da weghauen. So, Lilianas Triumph, das ist glaube ich sogar eine neuere Karte, aber im alten Design. Auch sehr lustig, dass du praktisch diese Karten annehmen. Also viele von euch feiern diese alten Kartenrahmen, dass du ja dann auch sagen kannst, man kriegt da diese Karte in dem alten Design. Ja. Finde ich, ist auch eine gute Idee. Für zwei Mana, spontanen Zauber. Jeder Gegner opfert eine Kreatur. Falls du einen Liliana Planeswalker kontrollierst, wirft außerdem jeder Gegner eine Karte ab. Ja. Du hast dir bestimmt auch viele ansprechen, die einfach sagen, du, ich spiele Oldschool oder so und irgendwie will die Karten auch noch machen. Und eine Metallischere Masuri, die auch richtig gut aussieht als Token. Ja, 1-1er. Remasuri. Ich glaube, das Video dauert heute ein bisschen länger. Ja. Plündernde Katana für 5 Mana 3 3er Menschkrieger mit Versessenheit. Oh Gott, die plündernden Katana erhalten plus 2 plus 2, solange du keine Karten auf deiner Hand hast. Ah, okay, dann wird also gezählt, ob du, ne? Ja, kann man aufhören und sondern nicht. Morph wirft eine Karte ab, haben wir gerade erklärt, für 3 Mana spielen und dann können wir sie, ja, entsprechend. Ja. Passt das ja, ne? Ja. Eine Karte als Kassikos bezahlen. Kraftlosigkeit für zwei Mana, Aura aufblitzen, verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur minus 2, minus 1. Mhm. Beutejäger Elkor für zwei Mana 1 1er Korräuber, Irrealität, also, ne? In dieser Schattenebene, immer wenn der Beutejäger Elkor einem Gegner Schaden zurückzieht, ziehe eine Karte, wirft dann eine Karte ab. Ja. Elfenbeinriese für sieben Mana 3 4, wenn er ins Spiel kommt, tappe alle nicht weißen Kreaturen. Ein weißes Mana aussetzen 5, den wollen wir ausgesetzt spielen. Ja. Halbschattenspinne für vier Mana 2 4er Reichweite, wenn sie stirbt, erzeugen wir einen 2 4 schwarzen Spinnekreaturen mit Reichweite. Die kommt also praktisch einfach wieder, die kommt einfach doppelt. Pflanzensucher für ein grünes, ein Elfenspruchwandler 1 1, für grün und tappen, wirf eine Karte ab, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeig sie auch bevor, nimm sie auf deine Bibliothek und misch dann deine Bibliothek. Mhm. Vollnisverheißer für zwei Mana 1 1er Mensch, Rebell, Kleriker, tappen, ein Spieler deiner Wahl verliert einen Lebenspunkt. Gut, das ist auch eine gemeine Fähigkeit und für vier Mana und tappen, durchsuche deine Bibliothek nach einer bleibenden Rebellkarte, wir haben ja dann mehrere Rebellen im Set jetzt hier, mit umgewandeltem Mana kostet nur 3 oder weniger, bringe sie ins Spiel, misch dann deine Bibliothek. Auch, Karsten, das ist ein Spiel, nein. Verschleiertes Traumwesen für zwei Mana 2 1er Illusion fliegen, wenn es ins Spiel, wenn es das Ziel eines Zauerspruchs oder einer Fähigkeit wird, muss es opfern. Mhm. Amru, Speer, für zwei Mana 2 1er, Kitkin, Rebell, Speer, für vier Mana tappen, durchsuche deine Bibliothek nach einer bleibenden Rebellkarte, wo man eine Mana kostet von 3 oder weniger, bringen sie ins Spiel, misch dann deine Bibliothek. Ja. Na, sie haben das in schwarz und in weiß. Da haben wir den nächsten Remazuri, den zweiköpfigen Remazuri, für zwei Mana 1 1er, alle Remazuri-Kreaturen haben Bedrohlichkeit, das heißt, die können nicht geblockt werden, außer von zwei oder mehr Kreaturen. Ja, der ist auch super. Ja, der ist dann schon gemein. Wieder eine schöne Ankammkarte, in Einklang bringen für vier Mana, grüne Hexerei, ziehe drei Karten. Mhm. Lichtbogenklinge für fünf Mana Hexerei, die Lichtbogenklinge fügt einem Ziel seiner Wahl zwei Schadenspunkte zu, schicke die Lichtbogenklinge ins Exil und lege drei Zeitmarken auf sie. Ja, und ja, aussetzen hältst du sie auch drei, für drei Mana, trotzdem kommt es mit der Zeitmarken, ja. Ursprünglicher Kraftmager, für drei Mana 2 2er, 11 Schamane, immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält die Kreatur plus 3 plus 3 bis zum Ende des Zuges. Dann, ja, das ist ja immer gut für die aufgeblitzten Kreaturen zum Beispiel, die jetzt im Set drin sind, ne? Mhm. So, Safi Eriksdotter, mit einem neuen Artwork, für grün und weiß, legendäre Kreatur Mensch Spare für 2.2. Opfere Safi Eriksdotter, wenn eine Kreatur deiner Wahl in diesem Zug auf deinen Friedhof gelegt wird, bringe sie ins Spiel zurück. Oh, ne? Ja. Und da kam es in die Playfair, kommt dann auch nochmal. Oh, und das, 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 das finde ich auch nicht gut, also das Gefühl, das ist auch ein sehr starkes Equipment, dass es halt einfach jetzt zum ersten Mal in diesem alten Design gibt. Also das holt mich jetzt gerade ab, ähm, ähm, weil es einfach nochmal älter aussieht, so, obwohl es eigentlich eine neue Karte ist, ne? Ja gut, für 2 Mana eine Ausrüstung, die ausrüstete Kreatur erhält plus 1 plus 0 für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Mhm. Ausrüsten 1 und für 2 schwarze Mana lege die Schägelverstärkung einer Kreatur deiner Wahl an, an die du kontrollierst. Da kannst du also dann entsprechend nochmal so als Spontanzauber praktisch swappen. Ja. Und ein Menschenaffe. Ja. Okay. Also Zeitspirale, ähm, hat es ja in YouTube Kommentaren ein anderes Spieler geschrieben, kam glaube ich 2006. Ja. Das heißt, es ist dann auch schon, äh, 15 Jahre alt. 216, war ich ein Jahr alt. Wow. Also, äh, wir sehen auch, hier haben wir noch keine Storyline drin, hier haben wir einfach die Essenz halt aus, äh, drei Serien, ne? Ja, so, Stachelgeißer für, äh, zwei Mana, zwei, zwei, Echo kosten, gerade erklärt, muss es nachher nur aussprengen, sonst geht er. Oder, wenn der Stachelgeißer ins Spiel kommt, bringe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kommt und wird auf die Hand ihres Besitzers zurück. Mhm. Glitschiges Wundsekret für drei Mana, Hexerei, eine Kreatur deiner Wahlheit, minus drei, minus drei bis zu Ende des Zuges, umwandeln. Das heißt, für zwei, für zwei Mana kann man diese Karte abwerfen, ziehen eine Karte. Und Wahnsinn hat sie auch für vier Mana, falls sie diese Karte abwirft, wirft sie ins Exil ab, wenn du das tust, kannst du sie für ihre Wahnsinnskosten, äh, ja, wirken oder legen sie auf den Friedhof. Ja. Ja, ne? So, voraussehen, für vier Mana, Hexerei, Hexerei, hält sich vier, ziehe dann zwei Karten. Ja, die, äh, bringt dir schon mal eigentlich so zwei Karten auf die Hand, die du auch brauchst. Ja. Äh, Avioris Beobachter, für drei Mana, zwei Dreier, äh, Vogelrebellen. Einen Soldat fliegend, verschwinden drei, wenn der Avioris Beobachter ins Spiel kommt oder das Spiel verlässt, hältst du zwei Lebenspunkte dazu. Also in der Regel bringt er dir vier Lebenspunkte. Mhm. Octavis Gerda, den hatten wir schon. Ja. Gründliches Überdenken, für zwei Mana, spontan zu überziehen, eine Karte und Rückblende für drei, da können wir das Spiel, das nochmal spielen und noch eine Karte ziehen. Säbel des sechsten Rudels, ja, ne, also solche Karten gibt's ja mittlerweile seltener eigentlich, ne, für zwei Mana, drei, eins. Aber das war, glaube ich, so eine, so die ersten, sowas gab's ja später auch noch ein paar Mal und dann kam immer mehr und mehr und mehr Effekte. Ja. Keldonischer Hellebadir, für fünf Mana, vier Einser Menschkrieger mit Erstschlag, äh, aussetzen für ein rotes und, äh, dann vier Runden lang, musst du warten, dann kommt er. Virulenter Remazuri, den lieb ich mit am meisten, der ist ganz böse, ja. Für ein grünes Mana, eins, eins, äh, alle Remazuris haben Gift, immer wenn ein Remazuri am Spieler Kampfschaden zufügt, hält der Spieler eine Giftmarke. Ein Spieler mit zehn oder mehr Giftmarken verliert die Partie, eine alternative Wind Condition und das haben dann ja alle Remazuris, die man hat. Ja. Das ist sehr, sehr gemein. Ghoulhorden, für fünf Mana, fünf Dreier, Zombiekrieger. Das ist doch mal so. Oh, so ein richtig langer Flavatext, ne. Ja. Ja, da hast du halt einfach mal, einfach mal, einfach mal, einfach mal, einfach mal eine klassische Karte, sagst du hier, Ghoulhorden, so, zeig ich, fünf Mana, fünf Dreier, Ende. Ja. So, Ghoulhorden, für drei Mana, zwei Einser Droiade mit Waldtarnung, das heißt, sie kann nicht geblockt werden, solange der verteidigende Spieler einen Wald kontrolliert. Wenn die Ghoulhorden ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Waldkarte durchsuchen, sie getappt unter deiner Kontrolle deines Spielers, deine Wahl ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek mischen. Ach, eines, unter der Kontrolle eines Spielers deiner Wahl ins Spiel bringen, das heißt, du kannst die auch dem Gegner geben, ne, und dann kann die ja immer durchlaufen, weil sie ja Waldtarnung hat. Gecheckt? Mhm. Gut. Das ist gut. Dämmerlicht, Wanderfalke, für zwei Mana mit Aussätzen, drei, ansonsten hart gecastet für sechs Mana, drei, drei, fliegend, Schutz vor Schwarz. Sturmwesen für zwei Mana, Elementarwesen mit Eile, Stärke 1, Säderstandskraft 1, das Sturmwesen kommt für jeden anderen Zauberspruch, der in diesem Zug gewirkt wurde, mit einer Plus 1, Plus 1, Marke ins Spiel. Ja. So, Juira von den Gitu, für beliebig blau-rot, zwei, zweier legendärer Menschzauberer, für zwei Mana, schicke eine Nicht-Landkarte aus deiner Hand ins Exil, lege vier Zeitmarken auf die ins Exil geschickte Karte, falls sie nicht Aussätzen hat, erhält sie Aussätzen. Das ist eine ganz böse Commanderkarte geworden mittlerweile, weil du kannst ja irgendwie so eine mega, unglaublich böse High-Mana-Kreatur einfach mal an die Seite legen. Ja. Ne, und dann, ja, kommt die in vier Runden. Stimmt, das ist ziemlich gemein. Ja, das war die gemein. So, grauer Händler aus Apostel, für fünf Mana, zwei, vierer Zombie, wenn er ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner X Lebenspunkte, wobei X gleich deiner Hingabe zu schwarz ist. Ach. Ja, du erhältst so viele Lebenspunkte dazu, wie diese, auf diese Weise, Lebenspunkte verloren wurden. Das ist auch eine sehr schöne Karte. Ja, die ist aus Teros, ne, jenseits des Todes. Jedes schwarze Mana in den Mana-Kosten von bleibenden Karten, die du kontrollierst, erhöhnt deine Hingabe zu schwarz um eins. Also er selber macht das schon mal für zwei. Ja. Sehr gute Karte. Und nochmal ein Lano-Weiss-Token. So. Also ich feiere das hier so ein bisschen, auch wenn das Video immer länger dauert, Entschuldigung, aber wir müssen, da mal durch heute, rätselhaftes Gewitter, für fünf Mana, Spontanzauer, bestimme ein Ziel deiner Wahl, hält sich den drei, decke dann die oberste Karte der Bibliothek auf, das rätselhaft Gewitter, fügt der bleibenden Karte oder dem Spieler Schadenspunkt in Höhe, der ungewandelt Mana-Kosten der aufgedeckten Karte zu. Meuchlerin Ildal, für vier Mana, vier, eins, mit Versessenheit, die Meuchlerin Ildal hat Irrealität, solange du keine Karten auf deiner Hand hast. War irgendwie so ein Ill, auch so ein Stamm irgendwie so. Ja, das ist eine gute Frage, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja, ja. Infiltrator Ilkor, für fünf Mana, drei Einser, Korräume, auch mit Irrealität und Aussetzen zwei, für zwei Mana. Herumziehender Schwarzseer, für zwei Mana, eins, eins, für tappen, tappe eine Kreatur deiner Wahl mit Widerstandskraft von zwei oder weniger. Joiras Zeitkäfer, das ist der Käfer, der die Zeitmarken wegnimmt. Für zwei Mana, eins, zweier Adfakt, Kreaturen Insekt, für tappen, bestimme eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst oder eine ausgesetzte Karte deiner Wahl, die du besitzt. Falls auf der bleibenden Karte oder aussetzenden Karte mindestens eine Zeitmarke liegt, kannst du eine Zeitmarke von ihr entfernen oder eine weitere Zeitmarke auf sie legen. Ganz böses Insekt, das ist ganz fies. Siegel der Uhrzeit. Grababtaster, für vier Mana, zwei Zweier Zombie mit Wahnsinn, also abwerfen die Karte entsprechend und dann für zwei Mana sprengen. Wenn der Grababtaster ins Spiel kommt und falls seine Wahnsinnskosten bezahlt wurden, kannst du eine Kreatur und Karte deiner Wahl aus einem Friedhof auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Abweicher, Ildal, für ein blaues 2,1, Irrealität. Zu Beginn des Versorgungssegments opferst du den Abweichler, es sei denn, du bezahlst ein blaues. Aber das ist tatsächlich eigentlich ein schneller Angriffszauberer oder so, du musst halt das nur aufrechterhalten. Amru-Sucher, für drei Mana, zwei Zweier, die können außer von Artefakt-Kreaturen und oder Weißen-Kreaturen nicht gelockt werden. Traubenkartusche, für zwei Mana, Hexerei, die Traubenkartusche fügt einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Sturm, wenn du diesen Zauberspruch wirkst, kopiere ihn einmal für jeden Zauberspruch, der in diesem Zug vor ihm gewirkt wurde. Du kannst neue Ziele für die Kopien bestimmen. Ja. Also da einfach noch wirst du belohnt, wenn du viele Sprüche sprichst in einem Zug. Riesenwildjäger, für drei Mana, 1,1. Wahnsinn, ein schwarzes. Und wenn der Riesenwildjäger ins Spiel kommt, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr, sie kann nicht regeneriert werden. Ja. Springfut Langfinger, für zwei Mana, 1,1 an Mehrfolgräuber. Morph, ein blaues. Immer wenn der Springfut Langfinger einem Spieler Kampfschaden zuwügt, wirft der Spieler eine Karte ab. So, nächster Remazuri. Die abätzende Remazuri für Rot und Weiß, 2,2. Alle Remazuris haben für einen Mana, opfere diese bleibende Karte, diese bleibende Karte fügt am Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Alle Remazuris haben für eins, opfere diese bleibende Karte, verhindere den nächsten einen Schadenspunkt, der den Zug am Spieler, einem Planeswalker und oder einer Remazuri-Kreatur deiner Wahl zugefügt würde. Ja, die ganzen Effekte, die nerven halt dann einfach nachher. Telon von Havenwood, für zwei Grüne, 2,2er legendärer Elf-Druide. Jede Pilzwesen-Kreatur hat plus 1, plus 1 für jede Sporenmarke auf ihr. Und auf einmal werden die gut. Ja, auf einmal. Ja, genau. So, für Schwarz-Grün. Schicke eine Pilzwesen-Karte aus einem Friedhof ins Textil, lege auf jedes Pilzwesen im Spiel eine Sporenmarke. Oh, da werden sie besser. Oh, sehr gut. So, Engel der Wiederherstellung. Ich stehe da drauf. Ja, ja. Ich stehe da drauf, ja. Verständlich. Für vier Mana aufblitzender fliegender Engel. Stärke 3, Widerstandskraft 4. Wenn der Engel der Wiederherstellung ins Spiel kommt, kannst du eine Nicht-Engel-Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil schicken und sie dann unter deiner Kontrolle ins Spiel zurückbringen. Ja. Und ein Soldaten-Token. Die muss auch echt gut aussehen, die Tokens, finde ich. Interessanter Soldat. So. Und ich glaube, es sind keine Vollkarten drin, anscheinend. Bisher haben wir noch keine gezogen, ne? Org-Kanonade. Für, ähm, drei Mana. Die Org-Kanonade fügt einem Ziel deiner Wahl zwei Schadenspunkte und dir drei Schadenspunkte zu. Ziehe eine Karte. Dorda die Volles kommt entsprechend selten. Ja. Gefürchtetes Rie für ein schwarzes 1-1er Schreckenspruchverhandler. Für zwei Mana und Tappen wirf eine Karte ab. Eine Kreatur deiner Wahl er hat plus 1-0 und er schlag bis zum Ende des Zuges. Herumziehendes Ephemerid. Für sieben Mana, 4-4 fliegend. Kann da auch für zwei Mana sprechen und dann mit vier Aussätzen marken. Ja. Sehend Remasuri. Das ist einer, das ist der Klassiker. Ja, das ist immer super. Ja, für ein Weißes, ein beliebiges 1-1. Alle Remasuri-Kreaturen hat plus 1-1, also er selber auch. Ja. Herbstanfang. Für zwei Mana Hexerei, falls du vier oder weniger Länder kontrollierst, durchsucht deine Bibliothek nach einer Standungslandkarte, bringen sie getappt ins Spiel und misch dann deine Bibliothek. Umwandlung, opfere ein Land. Junger Dornenschwanz-Skeada. Für drei Mana 2-2 fliegend, opfere den jungen Dornenschwanz-Skeada. Neutralisier ein Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn sein Beherrscher bezahlt 2. Das ist sehr gemein, weil dann, rechnet, muss sich jeder Spieler eigentlich immer diese zwei Mana offen halten. Ja. Also das ist eine sehr, sehr, sehr Fähigkeit dieser Skeadas. Schatten von Trokair für vier Mana 1-2er Schatten mit einem weißen Mana, der Schatten vor Trokair plus 1 plus 1 des Zuges, pumpbar. Das heißt, das können wir auch öfter machen. Können aber auch für ein weißes Mana ihm mit Aussätzen 3 spielen. Ja. Nadelspitzen-Spinne. Für vier Mana 4-2er Reichweite. Rote Spinne Dorn, Forst Bogenschütze. Ein sehr schöner Elf. Ja, für zwei Mana 2-1 Reichweite Todesbürohung. Die finde ich super. Auch siehst du. Ja, das ist ein richtig guter Elf. Ja, kann man sich gemeinsam. Ist er auch. Blutfresser. Für zwei schwarze Mana 3-3er Zombie. Aber zu Beginn deines Versorgensegments tappst du den Blutfresser. Es sei denn, du bezahlst zwei Lebenspunkte. Der will also dein Blut wirklich haben. Ja. Trauergesang der Chor. Für drei Mana Spontanzauber. Aller Schaden, der in diesem Zug einer Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, durch eine Quelle, die du bestimmst, zugefügt würde, wird stattdessen einer anderen Kreatur deiner Wahl zugefügt. Ja. Also du sagst einfach nicht, das geht dann dein. Calciderm. Das weiße Blastoderm. Was dir jetzt, glaube ich, nichts sagt. Das ist in so einem Oldschool-Deck von mir noch drin. Für vier Mana eine 5-5er-Bestie, die halt verhüllt ist. Das heißt, diese Kreatur kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein. Aber verschwinden vier. Aber sonst wäre sie einfach zu stark. Diese Kreatur kommt mit vier Zeitmarken ins Spiel. Entfernt sie über die ganze Versorgung. Sie werden es eine Zeitmarke von ihm. Wenn die letzte Farke entfernt wird, opfere sie. Das heißt, sie ist vier Stunden da. Ah, viermal da. Vier Stunden haben. Und dann ist sie dann halt weg. Riff der Schiffe des Grauens. Ein Land. Für Tappen erzeuge ein fabloses Mana. Oder für ein Mana und Tappen lege eine Speichermark auf das Riff der Schiffe des Grauens. Oder für eins und entferne x Speichermarken vom Riff. Erzeuge x Mana in einer beliebigen Kombination aus Blau oder Schwarz. Also so ein Ansparland. Wo du später sagen kannst, wenn ich noch Mana frei habe, dann spare ich mal Mana an. Ausrupfen. Für ein schwarzes Mana Spontanzauber mit Sekundenbruchteil. Haben wir schon erklärt. Na, das praktisch dann macht er den Stapel zu. So, bestimme eine Karte deiner Wahl in einem Friedhof, die keine Standardlandkarte ist. Durchsuche den Friedhof, die Hand und die Bibliothek ihres Besitzers nach allen Karten mit demselben Namen wie die bestimmte Karte und schicke sie ins Exil. Dann mischt der Spieler seine Bibliothek. Da kannst du einfach, wenn du eine Karte vom Gegner als Bedrohung entfernt hast, den ganzen Rest auch entfernen. So. Ach, das kann man jetzt sagen, dass sie ja mal so oft da wirklich, das glaube ich aus einer Commander Edition ist. Schleimfuß im Wetterlicht Thalit. Ich weiß es gar nicht, woher jetzt herkommt. Oder doch, was ist eine neuere? Für ein beliebiges schwarz und grün legendäres Pilzwesen. Stärke 2. Das heißt, 3. Immer wenn ein Saarbrülling, den du kontrollierst, stirbt, fügt Schleimfuß Wetterlicht Thalit jedem Gegner einen Schadenspunkt zu und du hältst einen Lebenspunkt dazu. Und für 4 Erzeuger ein 1-1 grünen Saarbrülling-Kreaturen-Spielstein. Ja. Finde ich aber cool, dass die den reingenommen haben. Das ist gut, ja. Wenn du mehr Saarbrüllinge in dieser Edition hast, die ja praktisch gar nicht aus den 3 Replay-Editionen kommen, dass du da dann nochmal so einen dann ziehen kannst. Das ist auf jeden Fall etwas neuer. Unten das 6-1er-Insekt. Ja, der ist neu. Ja. Also ich feiere das ja so ein bisschen, weil es halt einfach mal richtig oldschool ist. Aber wir müssen jetzt mal was dickes ziehen hier. Muschelbewohnender Thalit für 2 Mana 0,5er-Verteidiger. Da läuft also auch heute noch sehr viel gegen. Zu Beginn des Versorgungssegments legst du eine Sporenmarke auf den Muschelbewohnenden verlieben. Entferne 3 Sporenmarken von ihm. Erzeuger ein 1-1-Grün-Saarbrüllen-Kreaturen-Spielstein. Ja. Rücksichtsloser Wurm für 5 Mana 4,4-Trampeln. Den möchte man lieber mit den Wahnsinnskosten von 3 sprechen. Urborg Seelenfänger. Für 3 Mana 2,2er-Menschspruchwandler. Für 3 Mana Tappen wirf eine Karte ab. Jeder andere Spieler verliert zwei Lebenspunkte. Du erhältst so viele Lebenspunkte dazu, wie auf diese Weise Lebenspunkte verloren wurden. Und da hilft dir einfach wieder entsprechend Wahnsinnskarten zu sprechen. Traumlandplaner. Für 2 Mana 1,1er-Menschspruchwandler. Für 3 Mana Tappen wirf eine Karte ab. Opfere ein Land. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten. Bring diese ins Spiel mit deiner Bibliothek. Kitzel der Jagd. Für ein grünes Spontanzauber. Eine Kreatur deiner Wahl. Erhält plus 1, plus 2, bis zum Ende des Zuges. Rückblende ein weißes. Psychotischer Anfall. Für 3 Mana Hexerei. Ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand und die oberste Karte seiner Bibliothek offen vor. Du bestimmst eine auf diese Weise vorgezeigte Karte. Der Spieler legt die bestimmte Karte unter seine Bibliothek. Und Wahnsinn, das könnten wir auch spielen für 2 Mana. Knoten-Analogik hatten wir schon. Weißmähnenlöwe. Für 2 Mana 2, 2 aufblitzende Katze. Wenn der Weißmähnlöwe ins Spiel kommt, bring eine Kreatur, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besuchers zurück. Die Barackenlehren. Für 4 Mana Hexerei erzeuge 2, 1, 1 rote Goblin-Kreaturen. Spielsteine aber mit Sturm. Das heißt, nach Möglichkeit sprechen wir den Spruch, nach dem wir schon andere Sprüche gesprochen haben. Ja. Weil es dann mehr Punkts kommen. Phantomwurm für 6 Mana 2, 0. Aber der Phantomwurm kommt mit 4 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel. Falls dem Phantomwurm Schaden zugefügt würde, verhindere den Schaden, entferne 1 plus 1 plus 1 Marken von ihm. Ja. Flammenbrunst für ein rotes und 2 mal X. Die Flammenbrunst fügt X Schadenspunkte zu, deren Aufteilung auf einem Baby-Einzel an Zielen deiner Wahl du bestimmst. Aber wir haben auch Rückblende für 2 rote und dann muss man X Karten abwerfen. Pilzgebiete. Für Tappen erzeugt ist es ein farbloses Mana oder es ist praktisch genau das gleiche wie gerade das Grauen der Schiffe. Unter Rot-Grün. So, Teferi Magier von Zalfir. Für 5 Mana legendärer Menschenzauberer, Stärke 3, Widerstandskraft 4, aufblitzen. Kreaturen, Karten die du besitzt und die nicht im Spiel sind, haben aufblitzen. Jeder Gegner kann Zaubersprüche nur zu einem Zeitpunkt wirken, zu dem er auch eine Hexerei wirken könnte. Das würde man sagen, ich liege jetzt vorne. Ja, ist auch ein schöner Commander übrigens. Vergangenheit in Flammen. Für 4 Mana Hexerei, jede Spontanzauber- und Hexerei-Karte in deinem Friedhof erhält Rückblende bis zum Ende des Zuges. Die Rückblende-Kosten sind gleich ihrer Mana-Kosten. Und selber hat die Vergangenheit in Flammen auch Rückblende. Da ist eine Vollkarte. Siehst du, wir müssen nochmal sagen, wo sind dann die Volls und dann kommen sie auch. So, plötzlicher Schock für 2 Mana. Spontan sagen wir Sekundenbruchteil. Der plötzliche Schock fügt einem Ziel seiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Ja. Und ein Greif 2-2. So. Habe ich die erste Mitte gezogen? Die Hoffnung steigt. Ja, du hast die erste Mitte gezogen. Ja, gut, jetzt geht es mal langsam los hier. So. Lass ich gleich noch einen Tarmogol. Ja, ja. Dann passt das. Oder eine Voll-Damnation oder so. Ja, ja. Voll-Damnation. Entladung aus dem Zeitriss ist auch eine sehr gute Kartenkarte. Für 3 Mana Hexerei. Die Entladung aus dem Zeitriss fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Aussetzen 1 kannst du für ein rotes legen. Dann wartet halt eine Runde. Und dann fügt es 3 Schadenspunkte zu. Das finde ich eine super Karte. Sehr stark, ja. Ist praktisch wie der Blitzschlag, nur mit Verzögerung. So, Einsiedler-Gorgo hatten wir schon. Hatten wir noch nicht. Immer für 5 Mana. 2, 4. Immer wenn die Einsiedler-Gorgo eine nicht-schwarze Kreatur blockt oder von ihr geblockt, wir zerstöre je in der Kreatur am Ende des Kampfes. Wahnsinn. 2 schwarze. Einsichtiger Seer. Für 2 Mana 1, 3. Morph. Bringe 2 Inseln auf, die du kontrollierst auf die Hand des Besitters zurück. Okay. Wenn er aufgedeckt wird, ziehe 2 Karten. Ja. Also das ist der Sinn, weswegen wir ihn gemorpht spielen sollten. Und dann da die Kante sehen. So Klapperschlangen-Remasuri. Für ein weißes 1, 1. Alle Remasuris haben Flankenangriff. Ja, läuft. Ja. Aber die könnte die andere Kreatur dann ja blocken, die er auch Flankenangriff hat. Dann würde die ja nicht minus 1, minus 1 bekommen. Stimmt. Uraltes Saarprolot. Für 5 Mana 4, 4. Zu Beginn des Versorgungsegments legst du eine Spornmark auf das alte Saarprolot. Kreaturen, die du kontrollierst, haben entferne 2 Spornmarken von dieser Kreatur. Erzeuge einen 1, 1 grünen Saarprolot-Kreaturen-Spielstein. Ich glaube, das wird eine Saarprolot-Wertig kann auch ziemlich ätzend werden nachher, wenn du das halt nur sowas hast. Ja. Ursprüngliches Plasma. Für 4 Mana, Sternchen, Sternchen, Elementarwesengestaltwandler. So wie das ursprüngliche Plasma ins Spiel kommt, wird es entweder zu einer 3, 3-Kreatur, eine 2, 2-Kreatur mit Flugfähigkeit oder eine 1, 6-Kreatur mit Verteidiger. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sealed- oder Draft-Karte, weil die entsprechend einfach sich der Spielsituation anpasst. Blastus Nyko, den hatten wir schon. Gut. Raminder Remasuri. Für 6 Mana, 4, 4. Alle Remasuris verursachen Trampelschaden. Oh. Ich bin sehr gespannt, wie es sich im Ziel spielen wird. Und dann Tuko-Schamane. Für 3 Mana, 3, 2er Insekt. Schamane, wenn er ins Spiel kommt und falls du keine getappten Länder kontrollierst, ziehe eine Karte. Dann müsste man den also anders sprechen. Über Lanova helfen oder sonst irgendwas. Ja. Oder für 4 Mana und Aussätzen 1. Geht ja auch. Ja. Dann würde der ja so ins Spiel kommen. Kohlenpolterer für 4 Mana, ein Elementarwesen mit minus 1, 3. Doppelschlag. Zum ersten Mal, dass wir so eine Negativstärke sehen. Und für Rot erhält der plus 1, plus 0 bis zu Ende des 2. Es hat aber ja Doppelschlag. Ja. Ein Interessant. Macht Remasuri für 5 Mana, 2, 2. Alle Remasuri-Kreaturen erhalten plus 2, plus 2. Das ist einfacher zu verstehen. Ja, genau. Straßenwraith für 5 Mana, Wraith Stärke, 3 Wettestandskraft, 4 mit Sumpftarnung. Kann also nicht geblockt werden, sondern wir verteidigen die Spieler einen Sumpf kontrolliert. Umwandlung, bezahle 2 Lebenspunkte, bezahle 2 Lebenspunkte, wirst du diese Karte auf, zieh eine Karte. Ja. Ausgestopfte Puppe, auch ein schöner Reprint. Für 5 Mana, ein Artefakt-Kreatur, 0,1, unzerstörbar. So wie die ausgestopfte Puppe ins Spiel kommt, bestimme einen Spieler. Immer wenn der ausgestopften Puppe Schaden zugefügt wird, fügt sie dem bestimmten Spieler entsprechend viele Schadenspunkte zu. Und für Chappen, die ausgestopfte Puppe fügt sich selbst einen Schadenspunkt zu. Du wählst also nicht dich. Das ist richtig gemein. Ja. So. Ja, ich lieg vorne. Oh, oh, oh. Ich bin, glaube ich, vorne. So. Da sehen wir, jetzt haben wir nämlich mal einen schönen Turnier-Reprint. Ja. Ja, und ich glaube auch die einzige Möglichkeit, die Karte, ja, in diesem alten Design zu ziehen. Chalice of the Void, Kelch der Leere, 2xX in den Castingkosten, eine Art Fakt. Der Kelch der Leere kommt mit X Ladungsmarken ins Spiel. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, dessen umgewandelte Mana Kosten gleich der Anzahl an Ladungsmarken auf dem Kelch der Leere sind, neutralisiere den Zauberspruch. Da können wir also sagen, wenn wir eins bezahlen oder so, ne, dann, ja, ne, würde es entsprechend, also wenn wir zweimal eins, wir müssten ja zweimal eins bezahlen, dann würde alles für einen Mana dicht gemacht sein. Kannst du vergessen. So. Und jetzt kommen sie, ne? Jetzt hast du auch noch mal eine Frage. Ja, was habe ich mit den Folls in der Edition? Wo sind denn die Folls? Benadische Kavallerie für zwei Mana, zwei, zwei Flanken am Gästen. Ja, mein Foll. Und ein Wolkentänzer. So. Ich finde es wieder vorne. Also ich bin jetzt wieder, bin ja gut drauf. Also einfach dieses, einfach, wenn man, das ist natürlich, im Display hast du natürlich auch die Anzahl, ne? So, Avior ist Beobachter für drei Mana, zwei, drei Fliegender Vogelrebellensoldat mit Verschwinden drei. Wenn er ins Spiel kommt und das Spiel für das ist, hat er doch schon. Hat er schon mal, Mensch, hat er schon. Riesige Staubwespe für fünf Mana, drei, drei Fliegend, deswegen riesig. Aussetzen für zwei Mana und vier Zeitmarken. Den hatten wir. Den, ja. Todessporen-Thalit für zwei Mana, eins, eins, Zombie-Pilzwesen. Zu Beginn eines Versorgungsexplans legst du eine Sporenmarke auf den Todessporen-Thalinen, entferne drei Sporenmarken von ihm, erzeuge ein eins, eins grüne Saarpoling-Kreaturen-Spielstein. Aber opfere ein Saarpoling, eine Kreatur deiner Wahl hält, minus eins, minus eins. Es gibt echt sehr viele Pilzwesen in diesem Sinne. Gut, Utopia-Eyes, schöne Aura. Für ein grünes, ein beliebiges, verzauberter Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken, aber die verzauberte Kreatur hat für Tappenerzeuge einmal eine beliebige Farbe. Ja. Kannst du also auch in der so oder so einsetzen, ne? Ja, genau. Korpulente Leiche für sechs Mana, drei Dreier-Zombie, der Furcht verursacht. Verursacht Furcht. Diese Kreatur kann außer von Art-Fakt-Kreaturen oder schwarzen Kreaturen nicht gelockt werden, aber für ein schwarzes Mana kommt er mit fünf Aussätzen-Marken. Auch wahrweise. Durcheinanderbringen. Spontan so, für drei Mana eine Kreatur deiner Wahl erhält, minus drei minus eines, wenn des Zuges ziehe eine Karte. Na. Befestigen für drei Mana, spontan so, bestimme, eins, Kreaturen die du konzuliesst, eine plus zwei bis Nud des Zuges oder Kreaturen die du konzuliesst, eine plus zwei bis Nud des Zuges. Auch gut. Gewitterfront reiter für fünf Mana, vier, drei fliegender Menschsoldat. Wenn er ins Spiel kommt, bringe zwei Kreaturen, die du konzulierst, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Immer wenn der Gewittervertreter oder eine andere Kreatur aus dem Spiel auf deine Hand zurückgebracht werden, erzeuge einen 1-1-Weißenblatt-Kreaturen-Spielstein. Ich bin sehr gespannt, wie es gespielt. Ja. Mystische Lehren. Für 4 Mana Spontanzauber. Du suchst deine Bibliothek nach einer Spontanzauberkarte und oder einer Karte mit Aufblitzen. Zeig sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und misch deine Bibliothek. Und Rückblende hat sie auch für 6. Gesichtsloser Verschlinger. Für 3 Mana Nachtmarschrecken 2-1. Irrealität. Wenn der Gesichtsloser Verschlinger ins Spiel kommt, schicke eine andere Kreatur nach einer Wahl mit Irrealität ins Exil. Wenn der Gesichtsloser Verschlinger das Spiel verlässt, bringe die ins Exil geschickte Karte unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Da könntest du auch schon einen anderen wegnehmen. Und Gräberschleicher. Für 8 Mana fliegend 5 5er Dämon, aber er hat Wühlen. Das heißt, mit jeder Karte, die du aus deinem Frieden ins Exil schickst, während du diesen Zauber schickst, bezahlst du 1 Mana seiner Kosten. Der kann richtig früh kommen. Der kann auch früh und günstig kommen. Das kann auch sein, ja. Ins Unermessliche wachsen. Für 6 Mana Spontan und Zauber. Auch mit Wühlen haben wir ja gerade erklärt. Eine Kreatur deiner Wahl erhält. Plus 6, plus 6, bis zum Ende des Zauberes. Und eine Voll-Rare-Karte. Guck mal, haben wir auch. Da glitzert der glitzernde Wunsch richtig glitzerig. Für Grün- und Weiß Hexerei. Du kannst eine mehrfarbige Karte, die du besitzt. Mehrfarbige heißt immer, wenn die mehr als eine Mana-Farbe oben in den Castingkosten haben. Du kannst eine mehrfarbige Karte, die du besitzt und die sich außerhalb der Partie befindet, offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Schicke den glitzernden Wunsch ins Exil. Das ist eine sehr gemeine Karte. Ich finde diese Wünsche. Also im Turnier heißt das ja Sideboard. Ja, genau. Aber so für den Hausgeruch heißt das Vitrine. Ja, ich hole mir mal eine. Ja, genau. Oder einfach noch einen Booster öffnen. Ja, genau. Der Booster-Tutor. Gab's ja auch. Den gab's auch. Aber da sind so praktisch eure Hausregeln dann, wie ihr es dann spielen wollt. So. Ruhe Gewalt. Der Name ist schon Programm. Für ein rotes Mana, Spontanzauber, eine Kreatur seiner Wahl, erhält plus 3, plus 3 bis zum Ende des Zugriffes. Fällig. Ja, klar. Der rote Riesenwuchs. Ranken des Zerfalls. Für vier Mana, Spontanzauber, direkt in das Verfalls, fügen einer Kreatur seiner Wahl, x Schadenspunkte zu und du erhältst x Lebenspunkte, wobei x gleich der Anzahl an Sümpfen ist, die du kontrollierst. Mhm. Korallenschlawiner für zwei Mana, 2,1. Mehrfolgeräuber, Morph für ein blaues. Wenn der Korallenschlawiner aufgedeckt wird, kannst du eine bleibende Karte deiner Wahl tappen oder enttappen. Sonnenlanze, die finde ich auch gut. Für ein weißes, Hexerei, Sonnenlanze fügt einer nicht-weißen Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Ja. Weißer Direct Damage Spell, das haben wir nicht echt selten. Ich fand die damals schon gut und schön, dass es ist, wenn man wieder rankommt. Stärke durch Überzahl führt zwei Mana, Spontanzauber bis zum Ende des Zuges, verursacht eine Kreatur deiner Wahl, Trampelschaden und der Held plus x plus x, wobei x gleich der Anzahl an angreifenden Kreaturen ist. Ja. Das Artwork ist auch noch ganz anders, wenn wir noch mal aufsuchen. Ja, ja, total. Ja. Grubenhüter für zwei Mana, Mensch, Zauberer, 2,1. Wenn er ins Spiel kommt und falls du vier oder mehr Kreaturenkarten in deinem Friedhof hast, kannst du eine Kreatur deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurückbringen. Mhm. Realitätssäure für drei Mana, Aura, Verzauber, dann bleibt eine Karte, verschwinden drei. Wenn die Realitätssäure das Spiel verlässt, opfert der Beherrscher der verzauberten Karte. Bleiben die Karte dieser. Ja, diese. Achso, der verzauberten bleibende Karte diese. Ah, okay, verstehe. Kinder von Kurilis. Für ein weißes 1,1er Mensch, Rebellkleriker, opfert die Kinder. Du erhältst so viele Lebenspunkte dazu, wie du in diesem Zug Lebenspunkte verloren hast. Kann auch sehr stark sein. Heimkehren der Remasuri. Für drei Mana, 2,2. Jede Remasuri-Karte auf der Hand jenes Spielers hat Remasuri-Umwandlung, 3. Das heißt, wirf diese Karte ab, durchsuch deine Bibliothek nach einer Remasuri-Karte, zeig sie auch vornehmlich auf deine Hand, misch deine Bibliothek. Auch fies. Amulett der Evolution. Für zwei Mana Sponsanzauber. Bestimme eines, du schüttest deine Bibliothek, deine Standardlandkarte, zeig sie auch vornehm so oft anhand, misch deine Bibliothek. Bringe eine Kreatur, könnte deine Wahl aus einem Friedhof, deine Hand zurück. Eine Kreatur, deine Wahl, ein Flugfähigkeit bis in das Zug ist. Finde ich auch gut. Versklaven für sechs Mana, verzaubert an der Kreatur. Du kontrollierst die verzauberte Kreatur. Zu Beginn deines Versorgungsegments fügt die verzauberte Kreatur ihren Besitzer, du bist ja der Beherrscher, der andere ist ja der Besitzer, ein Schadenspunkt zu. Auch sehr fies, ne? Ja, was ich meine. Peitschenrücken-Skeada. Für fünf Mana, drei Dreier-Skeada fliegend. Morph würde daher ein Weißes und zwei Bibliothek kosten. Ah, da ist er ein richtig guter Remasuri. Nekrotischer Remasuri. Für beliebig und weiß und schwarz, zwei, zwei. Alle Remasuris haben für drei Mana, opfere diese bleibende Karte, zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl. Die kann auch ein Planeswalker sein oder was nicht alles. Und? Reliquie der Koalition, auch eine schöne Rare-Karte. Für drei Mana, Art Fakt, für Tappen, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Oder für Tappen, lege eine Ladungsmarke auf die Reliquie. Zu Beginn deiner Hauptphase, vor dem Kampf, entfernst du alle Ladungsmarken von der Reliquie. Erzeuge für jede auf diese Weise entfernte Ladungsmarke ein Mana einer beliebigen Farbe. Ja. Und die Waldheldseherei. Für zwei Mana Hexerei. Du suchst deine Bibliothek nach einer Länderkarte, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und misch sie dann deine Bibliothek. Keine Vorhörungen. Und ein Saarpoling-Torgen. Haben wir ein Saarpoling-Torgen. Ja, super. Ja, wir sind ja hier noch nicht mal auf der Hälfte. Ich muss auch mal sagen. Aber es wird ja zum Ende dann schneller, weil wir die Kampens dann alle durchhaben. Burgraubvogel. Für fünf Mana 3-3 fliegen. Solange er ungetappt ist, er hält er plus 0, plus 2. Gemminhaut Remazugel. Oh, super Remazugel. Für zwei Mana 1-1. Alle Remazugis haben Tappen, erzeug eine Mana an beliebigen Farbe. Oh ja, super. Affen-Geisterhelfer. Der ist sehr, sehr gut. Für drei Mana 2-2. Schicke den Affen-Geisterhelfer aus deiner Hand ins Exil. Erzeuge ein rotes Mana. Eigentlich ist das eine Karte, die willst du einfach nur von der Hand abschmeißen, um ein rotes Mana zu kriegen. Ja. Eindringlich hinweg hatten wir schon, sagst du. Launische Mutation für drei Mana. Spontan zum Beispiel. Bestimme eine Kreatur deiner Wahl. Decke Karten oben von deiner Bibliothek auf, bis du eine Nicht-Land-Karte aufdeckst. Die bestimmte Kreatur hält, bis zum Ende des Zuge, plus, x, minus, x, über x, gleich, um 100 Mana kosten jener Karte ist. Lege alle Karten, die auf diese Weise aufgedeckt wurden, in beliebiger Reihenfolge unter deiner Bibliothek. Prisma Linse für zwei Mana, Artefakt, Tappen, erzeugten fabuloses Mana oder für ein Mana und Tappen, Erzeuger, meiner beliebigen Farbe. Na, hatten wir. Warten wir. Muskelfleischmür. Für drei Mana, zwei Einsamnür, für zwei Mana der Muskelfleischmürflugfähigkeit des Zugees oder für zwei Opfere, ihn ziehe eine Karte. Okay. Verfrühte Beerdigung. Für zwei Mana zerstöre eine Nicht-Schwarze Kreatur deiner Wahl, die seit dem Ende deines letzten Zuges ins Spiel gekommen ist. Okay. Musst also ein bisschen warten, ne? Sporensänder verliebt. Für vier Mana, vier Vierer Pilzwesen. Zu Beginn deines Versorgungsegments legst du auf jedes Pilzwesen eine Sporenmarke. Ne? Dann machen wir das, das bestäunigt das Ganze alles mal so ein bisschen, ne? Entferne drei Sporenmarken vom Sporensänder verlieben, Erzeuger, eins, eins, grünen Saffeln, Kreaturen-Spielstellen. Ja, ein Kalkieseltumpel entsprengt, ne? Können wir auch ansparen auf weiß und blaues Mana. Ja. Ungezieferhof. Auch eine lustige Karte mittlerweile, weil es mittlerweile mehr Karten in diesen Stämmen gibt, als es damals der Fall war, als die Karte erstmal rauskam. Denn wir kriegen Fahrtlosen Mana, aber wir können für Tappen ein Eichhörnchen regenerieren, ein Insekt, eine Ratte oder eine Spinne. Ja, dafür sind es wirklich jetzt schon mehr. Ja, jetzt gibt es da mittlerweile viele von. Auch Eichhörnchen haben richtig was drauf. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wir müssen mal die besten Eichhörnchen vorstellen. Können wir auch noch machen, auf jeden Fall. Aber das kommt dann später. Goblin-Ingenieur. Für zwei Mana, eins, zwei. Goblin-Handwerker. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Artefaktkarte suchen, sie auf deinen Friedhof legen und dann deine Bibliothek mischen. Und für ein rotes und tappen, opfreien Artefakt, bringe eine Artefaktkarte, dann war mit Ungarn im Mana, kurz von drei oder weniger, aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ja. Na, da kannst du auch richtig schöne Schweine rein mit machen. Und nochmal anders, halte ich dann immer so gut. Und es sind auch keine Code-Karten enthalten. Stimmt, ja. Ja, können wir auch sagen. Grüße, so wie oben hatten wir schon, genau. Codesporn verliebt. So, jetzt wiederholt sich's mal langsam geguckt. Ritter aus Sursi für vier Mana, zwei, zwei, Mensch, Ritter, Fliegen, Flankenangriff. Oder für ein weißes Mana mit drei Aussätzen magenspielen. Suche nach dem Morgen. Für drei Mana Hexerei, du suchst dann bedürfst du nach einer Standardlandkarte, bringen sie ins Spiel und mischen dann in den Ötik. Oder für ein grünes Mana aussetzen, zwei. Beobachtender Remasuri für vier Mana, zwei, zwei, alle Remasuri, zwei, plus, null, plus, zwei. Ja. Zeitriss Elementar für ein rotes, eins, eins. Und für zwei Mana entfernen eine Zeitmarke von einer bleibenden Karte, die du kontrollierst. Oder eine ausgesetzten Karte, die du besitzt. Das Zeitriss Elementar, zwei, plus, null bis zum Ende des Zuges. In dem Set eine sehr gute Karte, ja. Da haben die Remasuris, die Spindrüsen, Remasuri, für zwei Mana haben wir alle Reichweite. Und der ist auch super, ja. Tiefhöhlenbold, erinnert mich ein bisschen an Gollum mit Flügeln. Stimmt, ja. Für drei Mana, zwei, zwei, ist er auch ein Bolt, fliegend Eile und Echo wirft eine Karte ab. Das heißt, nach dem nächsten Versorgungstevenz musst du eine Karte abwerfen oder er geht. Aber da kannst du ja wieder Wahnsinnskosten spielen. Ja. Deswegen, es greift schon ineinander. Hat man schon. Glasengeflangen hatten wir schon. Xylit Kerkermeister für zwei Mana, zwei, eins. Karten in Friedhof verlieren alle Fähigkeiten. Wie zum Beispiel die Rückblendekosten, die wir vorher hatten. Sodass du irgendwas aus dem Friedhof nochmal spielen kannst. Das geht dann nicht mehr. Kann auch sehr stark sein. Und es ist ein Zombiezauberer. Blattern. Das ist ein Removal für zwei schwarze Mana. Ne, ist sie auch nicht. Jeder Spieler findet einen Lebenspunkt, wirft eine Karte ab, opfert eine Kreatur und opfert dann ein Land. Das kannst du aber auch zum Beispiel spielen, wenn du selber keine Kreatur hast. Das wäre zum Beispiel sinnvoll. Da musst du nämlich keine Kreatur opfern. Oder wenn du keine Karten aufhören kannst. Remazuri Schmied für zwei Mana. Spruchwandler 1,1 für eins und tappen. Wirft eine Karte ab. Erzeuger 1,1 weißen farblosen Remazuri. Hat Verkreaturen spielt dann namens Metallischer Remazuri. Deswegen die Tokens. Ja. Und der hat dann ja das, was alle anderen Remazuris auch so haben. Genau. So, Gnade des Engels. Mit einem schönen neuen Artwork. Für ein weißes Mana. Spontanzor mit Sekundenbruchteil. Du kannst in diesem Zug die Partie nicht verlieren und deine Gegner können in diesem Zug die Partie nicht gewinnen. Bis zum Ende des Zuges reduziert Schaden, der deinen Lebenspunktestand unter 1 reduzieren würde, ihn stattdessen auf 1. Ja, kann auch ziemlich fies sein, ne? Ja, ich muss gerade an das Isochron-Zepter denken, die Legmas hatten wir ja bei den besten Artefakten vorgestellt. Dann kannst du den einfach einprägen in das Isochron-Zepter, dann kannst du das immer pro Runde, kannst du das immer wieder machen. Ach, auch nett. Auch nett. So, Blutroter Bund, auch sehr schöne Karte für 5 Mana Verzauberung. Immer, wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, verliert ein Gegner deiner Wahl entsprechend viele Lebenspunkte. Bäm! Ja, das findest du ganz toll, ne? Ich find' ich super. Ganz ehrlich, ich bin momentan so ein bisschen auf Schwarz-Weiß geparkt. Also, weil einfach diese Lebenspunkte generieren und dann irgendwie den Gegner immer dadurch Schaden bekommen, das ist einfach unglaublich stark. Ja, ja, ja. Finde ich richtig super. Und nochmal ein cooler Goblin-Token. Die Spielstelle gefallen mir auch richtig gut. Ja. So, cooles Rit, hatten wir schon. Hatten wir schon, ja. Zita 0 Holzleser für 3 Mana 1,4. Mensch, würde mit Bonuskosten von 3. Wenn die Zita 0 Holzleser ins Spiel kommen und falls ihre Bonuskosten bezahlt wurden, zieht zwei Karten. Ich sage uns ein zweiteres. Noch ein Blitz. Hatten wir mal. Ne, absorbieren. Ach, wir doch. Wir hatten schon. Gut, 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 gut. Carvo Primar, ich aber noch nicht. So, für 4 Mana 3,3er Carvo, Bonuskosten von 4, einberufen. Das heißt, deine Kreaturen können dir helfen, in diesem Zauberspruch zu wirken. Mit jeder Kreatur, die du tappst, während du in diesem Zauberspruch wirkst, bezahlst du ein beliebiges, ein farbloses Mana oder ein Mana der Farbe jener Kreatur. Falls die Bonuskosten des Carvo Primarchen bezahlt wurden, kommt er mit 4 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel. Uh, dann kann er also auch als 7-7er kommen. Wenn deine Kreaturen dir helfen vielleicht. Ja. Verschleiernde Sonderbarkeit für 4 Mana, 2,3. Aussetzen würde auch gehen für 2 Mana, kommt es mit 4 Aussetzen Marken. Wenn die letzte Zeitmarke von der Verschleiernde Sonderbarkeit entfernt wird, während sie im Exil ist, können Kreaturen in diesem Zug nicht geblockt werden. Okay. Laugen Elementar für 6 Mana, 5,4. Können wir auch gemorpht für 7 sprengen. Wenn das Laugen Elementar aufgedeckt wird, übergehen alle Gegner in erstes Enttapp-Segment. Oh. Ja. Vorreiter in Chor für 3 Mana, 2,2. Flankenangriff. Und für 0 der nächste 1 Schadenspunkt, der dem Vorreiter im Chor in diesem Zug zugefügt würde, wird stattdessen einer Kreatur deiner Wahl, die du konsolierst, zugefügt. Dann kannst du den entsprechenden Schaden ein bisschen verteilen auf deiner Kreatur. Ja. Zeitverbieger. Für ein Blaues, 1,1. Menschzauberer für Morphen kannst du auch für ein Blaues. Wenn er aufgedeckt wird, bestimme eines, entferne zwei Zeitmarken von einer bleibenden oder ausgesetzten Karte deiner Wahl. Oder lege zwei Zeitmarken auf eine bleibende Karte deiner Wahl, auf der mindestens eine Zeitmarke liegt oder eine ausgesetzte, oder eine ausgesetzte Karte deiner Wahl. Oh gut. Glitzernder Wunsch jetzt mal inregulär. Machen wir ja gerade schon, als Vollkarte gezogen, ja. Krenzo, der Kerkerwart. Für X und Schwarz und Rot, ein 2,2er legendärer Goblin-Räuber. Er kommt mit X plus 1 plus 1 Marken ins Spiel. Und für 2 lege die unterste Karte deiner Bibliothek auf deinem Friedhof. Falls es eine Kreaturenkarte ist, deren Stärke klein oder gleich der Stärke von Krenzo ist, bringe sie ins Spiel. Ja. Lustig. Okay. Und Meucheln in Feul für 3-Mana-Hexe-Heizer störe die Getraptik-Kreatur deiner Wahl. Und ein Menschnaffe. So. Munter weiter. Das hatten wir auch schon. Hier noch dann. Das in den Serien allerersten Muss vor. Ja? Das sind das jetzt alle Karten, die hier kamen, waren auch genauso im allerersten Mussat. Okay, jetzt glaube ich nicht mehr. Dunkle Versorgung hatten wir schon. Ältester von Pendelhaven für ein grünes und beliebig elf Schamane 1-1 für Tappen jeder 1-1-Kreatur, die du kontrollierst, erhält plus 1, plus 2, bis zum Ende des Zuges. Ja, auch gut. Ja, das habe ich auch damals immer gedacht, für 6 Mana 4-4, Gestaltwandler für 0, bis zum Ende des Zuges erhält Jodas Recher minus 1, minus 1 und entweder Doppelschlag oder Schutz vor Rot oder Wachsamkeit oder E-Realität. Ja. Eine Würmchen-Bestie. Wenn der kryptische Ringelwurm ins Spiel kommt, wenn der Hälsicht 1 an, dann Hälsicht 2, dann Hälsicht 3. Betrachte für Hälsicht 1 die obersten X-Karten der Bibliothek und lege dann eine beliebige Anzahl davon unter deine Bibliothek und den Rest in zufälliger Reihenfolge obendrauf. Ja, auch eine interessante Karte. So, binalischer Kommandant für 4 Mana, Sternchen, Sternchen, Mensch, Soldat, Stärke und Widerstandskraft des binalischen Kommandanten sind gleich der Anzahl an Soldaten, die du kontrollierst. Aussetzen X. X kann nicht 0 sein. Ja, und dann hast du entsprechend 2 weiße Mana und X zum Aussetzen. Also mindestens musst du 3 bezahlen. Ja. Immer wenn eine Zeitmarke vom binalischen Kommandanten entfernt wird, während er im Exil ist, erzeuger ein 1-1 weißen Soldat-Kreaturen-Spielstein. Also wenn du genügend Mana hast, so gesehen, dann bringt er erstmal die Soldaten rein und kommt danach dann selber und hat dann nochmal entsprechend Stärke-Widerstandskraft. Fanatische Rekruten für 5 Mana-Menschkrieger mit Eile, 3-3. Wenn sie ins Spiel kommen, übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine bleibende Karte deiner Wahl. Enttappen die bleibende Karte, sie erhält ein bis zum Ende des Zuges. Und nur meine Koppel. Ja, ich dachte, du hättest ja eine Karte übersprungen. So. Tollarianischer Wachposten, haben wir schon gehört. Okay, durch Stille gefesselt für 3 Mana-Kammels-Verzauberung, Rebell, Aura, Verzauberte mit Kreatur. Die Verzauberte Kreatur kann nicht angerfen oder blocken. Warten mal. Kraft, sehr gut, okay. Ja, jetzt kommt es langsam, ne? Traumschleicher für 2 Mana, 1,5. Illusion, wenn er ins Spiel kommt, bringe eine bleibende Karte, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besuchers zurück. Mana 10, finde ich auch eine sehr gute Kammenkarte. Für ein weißes Mana, spontan Zauber, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 1. In weiß. In weiß. In weiß, ja. Ja, okay. Ramda Remasui, Zeitriss, Wolkenscholle. Für 5 Mana, 2,2. Illusion, fliegen, wenn sie ins Spiel kommt, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl auf die Hand ihres Besuchers zurück. Kannst du auch für 2 Mana Spiel mit 3 aufsetzen machen. Feines Gespür für ein grünes. Aura, Verzauberte Kreatur. Immer wenn die Verzauberte Kreatur am Gegner Schaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Stille. Ramda Remasui, für grün und blau und 2 beliebige, 2,2. Alle Remasuis haben Verteidiger. Alle Remasuis haben, wenn diese bleibende Karte ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Okay. Wolkenschlüssel. Für 3 Mana, Artefakte, wie der Wolkenschlüssel ins Spiel kommt, bestimme Artefakte, Kreatur, Verzauberung, Spontanzauber oder Hexerei. Zaubersprüche des bestimmten Typs, die du wirkst, kosten beim Wirken ein weniger. Das ist auch gut. Unangreifbare Tugend. Für 2 Mana, Verzauberung, Kreaturen, Spielsteine, die du kontrollierst. 2 Mana plus 1 plus 1 und haben Wachsamkeit. Sehr schön, sehr schöne Karte, ja. Oh, ein schöner Ritter-Toten. 2,2. Schutz vor Weiß, Eile und Flakkenjagd. Das wird dann wieder sehr speziell sein. Also ich glaube, jetzt sind wir auf der Hälfte. Ja, das ist super, ne? Aber wir merken, es geht jetzt ja schon schneller. Die Kamps haben wir jetzt ja so hinter uns gebracht, hier größtenteils. Ich bin sehr gespannt, wie es sich spielt. Ich glaube, es spielt sich tricky und ich glaube, es ist ein bisschen langsamer vom Spielen her. Ja. Als, ne? Weil du das Aussetzen noch und sowas hast und so, dann musst du ein bisschen warten. Bin sehr, sehr gespannt. Ja. So. Himmlischer Kreuzritter für 4 Mana, 2,2, aufblitzender Geist mit Sekundenbruchteil, fliegend, andere weiße Kreaturen halten, plus ein Besatz. Auch sehr stark. Dunst des Zorns für 2 Mana, Hexerei, Rückkauf für 2, das heißt, du kannst du natürlich 2 bezahlen, wie du diesen Zauberspruch wirkst. Falls du dies tust, nimm die Karten auf deine Hand, so wie sie verrechnet wird. Da hast du 2 mehr und dann geht der gar nicht erst in den Friedhof. Kreaturen, die du kontrollierst, du bist 1 bis 0 bis zum Ende des Zuges. Und Sturm. Wird also kopiert für jeden Spruch, der vorher schon gesprochen wurde. Saat für große Steppe, können wir ansparen auf grünen oder weiß. Mirri, die Verdammte. So eine schöne Karte. Eine Vampirkatze. Okay, alles klar. Für 2 Schwarze und 2 Beliebige, eine legendäre Vampirkatze. Stärke 3, Widerstandskraft 2, fliegend, Erstschlag, Eile. Da sind wir schon mal gut dabei. Immer wenn Mirri, die Verdammte einer Kreatur Kampfschaden zuwirkt, liegt einer plus 1, plus 1 Mark auf Mirri, die Verdammte. Oh, das ist wirklich sehr stark, ja. Und dieses legendäre Katzenmombier. Ja, super. Gleichmacher für 5 Mana, 10, 10er Artefakt Kreatur. Wenn er ins Spiel kommt, schicke alle Karten aus deiner Bibliothek ins Exil. Oh. Also, das ist eine sehr spezielle Karte. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es da jetzt mittlerweile schon ein Deck zugibt oder sowas. So, aber hier haben wir jetzt mal eine Vollkarte gezogen. Schön Besuch in der Ewigkeit. Auch eine Rare. Ja. Eine Rare, genau. Für 6 Mana mit Rückkauf. Opfer 3 Inseln. Ja. Also, weil du musst ja schon 6 Mana bezahlen. Also, in der Regel hast du 3 Inseln, ne? Kannst auch nochmal sagen. Ein Spieler deiner Wahl erhält nach diesem Zug einen zusätzlichen Zug. Okay. Das ist das, was zählt. Das ist das, was wir alle cool finden. Das ist ja wieder eigentlich in der Regel keine Duellkarte. Das ist halt so eine schöne Multiplayer-Karte, wenn man das Mana halt mal hat. Und dann bist du einfach nochmal dran. Genau. Sowas wollen wir finden. Ah. Ich bin vorne, glaube ich. Ja. Wir müssen nochmal aufhören, ja. Ja, genau. Erstickender Ruß für 3 Mana zerstöre eine Kreatur, deiner Wahl mit Widerstandskraft 3 oder weniger und Rückblendekosten hätte sie 6. Hatten wir den eigentlich schon. Knochenbrecher Remersuri für 4 Mana, alle Remersuri-Kreaturen der Albtistik bis 0. Der ist super. Hatten wir noch nicht. Und du legst einfach so weg. Ja. Das war jetzt dann auch gefallen. Selbst die sind alle gleich aus. Die haben also. Heimkehren der Remersuri für 3 Mana, ja. Ja. Ja, das war in der Remersuri mit Widerstandskraft. Wenn der Feuermolkabu das Spiel verlässt, fügt er an der Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Also entweder du zahlst 6, du machst 2 und du machst 4, weil er geht. Oder du zahlst dann nochmal 6 und bleibt er da. Macht des alten Crosa. Schöne Ankammkarte für ein Grünes, eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 2 plus 2 bis 0 des Zuges. Falls du sie zum Beispiel während deiner Hauptphase gewirkt hast, erhält die Kreatur zu dessen plus 4 plus 4 bis 0 des Zuges. Oh ja. Oh, guck mal. Oh, die kenne ich doch irgendwo. Die kenne ich irgendwo, ja. Wie ist das heute mit den Falls, die ja doch in der Edition drin sind? Gelungenes Flickwerk für ein beliebiges, ein blaues, ein schwarzes, ein Zombie. 3-3. Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt und falls sie aus deinem Friedhof ins Spiel gekommen ist oder du sie aus deinem Friedhof gewirkt hast, bringe das gelungene Flickwerk zu Beginn des nächsten Endsegments aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Ja. Das ist eine Karte, die es gut für die Metadex. Ach was. Ja. Montagearbeiter 2-2. Ah, ist klar. Sieht auch cool aus. Ja. Nicht Montagearbeiter, Montagearbeiter. Ja, sehr gut. So. Zack. Stachelgeißler hatten wir schon. Ja, hatten wir. Gut, 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 gut. Haben wir auch. Gut. Hatten wir auch. Hm. 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 Also ich bin sehr auf die Stiltex gespannt. Ich glaube, Jenna ist total überfordert. Das hängt ja auch wirklich davon ab, was du denn ziehst oder welche Bomben du halt ziehst. Also wenn man natürlich so einen Taumogolf öffnet, da ist ja eigentlich schon klar, dass man grün spielt. Ihr könnt dabei sein, auf Twitch wird das passieren, Twitch TV Trader Online Video sonntags immer ab 14 Uhr. Diesen Sonntag ist es Zeit für ein Duell. Jagende Monstrosität für 5 Mana 5,5. Schrecken, wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, opfere die jagende Monstrosität. Hm. Jetzt mal angreifen gehen, ne? Zauberzerplatzer. Für ein blaues und X Spontanzauber mit Rückkauf 3. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgewandeltem Mana Kosten von X. Oder du musst jetzt umgewandeltem Mana Kosten von X sagen. Also nix mehr bezahlen und so. Zurückweisung der Bösen. Auch wieder ein guter Spruch. Auch wieder unter Weiß. Ein Weißes Machen der Spontanzauber. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, der eine bleibende Karte, die du kontrollierst als Ziel hat. Wieso unter Weiß? Wieso? Ja, das waren damals Karten, die waren im Blick in die Zukunft. Wo Magic einen Blick in den Zukunft geworfen hat, da haben die einfach mal sowas gemacht. Sie sagen, irgendwie kann das doch vielleicht mal oder so, ne? Und ja, da rechnen Sie dann, da weiß man keiner mit. Handschuh der Kraft, auch wieder eine schöne Karte. Oh, der ist ja stark. Für fünf Mana. Artefakte sowie der Handschuh der Kraft ins Spiel kommt. Bestimme eine Farbe. Kreaturen der bestimmten Farbe hat plus 1 bis 1. Immer wenn ein Standardland für Mana der bestimmten Farbe getappt wird, erzeugt sein Beherrscher ein zusätzliches Mana jeder Farbe. Schön. Ja, sehr stark. Und episches Experiment für X und blau und roten Hexerei. Ich schicke die obersten X-Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst davon spontan zaubern oder Hexerei mit Umwandern mit Mana-Kosten von jeweils X oder weniger wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege dann alle Karten, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurden und nicht gewickt wurden, auf deinen Friedhof. Ja. Jetzt muss ich noch einen Voll-Tamor-Wolf kommen. Geht das überhaupt? Stimmt. Ja, bestimmt. Ich kann die Zeit mal gucken, dass du mal die Lippen zu befeuchten. Na, mach das. Vom ganzen Karten vorlesen. Fühl auch gut, dass du auch so schön hast. Nächstes Mal bist du dran. Nee, nee, nee. Felsenburg-Ratten für 3-Mana-2-1er-Ratte mit E-Realität. Die Schatten-Ratte. Ja. Immer wenn Felsenburg-Ratten einem Spieler Kampfschaden zufügen, wirft jener Spieler eine Karte ab. Das ist ganz gut, weil die sind ja in dieser Schatten-Ebene, weißt du. Ja, ja, ja. U-Kors, Vetter, Unhold, für 4-Mana-3-2-Eile, Echo-Kosten, ein Schwarzer, ein Beliebiges und für Schwarzer oder Rot-Hybrid, U-Kors, Vetter, Unhold, erhält plus 1-0-Bis-Mannes-Zuges. Feuerspur-Remasuri haben wir noch nicht. Beliebig, Rot und Grün, 1-1, alle Remasuri-Kreaturen haben Eile, alle Remasuris haben für 1 Opfere diese bleibende Karte, ein Remasuri-Kreatur deiner Wahl, erhält plus 2-2-Bis-Mannes-Zuges. Oh, kann auch gemeint sein. Das ist total gemein. Marus des Mondes, da hast du eine Turnier-Rare gezogen, für ein rotes 2-beliebige, ein Mensch-Zauberer 2-2 und die Fähigkeit ist das, was zählt, nicht Standardländer sind Gebirge und machen dann auf einmal rotes Mana. Lohnende Ausfahrt, für ein blaues und 7-Hexerei, wieder mit Wühlen, kannst du also schön aus deinem Friedhof alles wegwühlen und ziehst dann 3 Karten. Als unwürdig beurteilen, hat man schon, ne? Mit einem Montag-Arbeiter. Ja, genau. Ork-Kanonade hat man, ne? Ja, genau. Aber es sind auch schön viele Remasubis drehen, also du ziehst auch viele Remasubis, ne? Also das ist auch immer cool. Finde ich auch so. Jetzt geht's schnell, plötzlicher Tod, das ist nochmal ein Remus mit Sekundenbruchteil für 3 Mana, eine Kreatur seiner Wahl, er hat minus 4, minus 4, bis 1 des Zuges. Oh, oh. Sehr stark. Schivanischer Meteor, für 5 Mana fügte eine Kreatur seiner Wahl 13 Schadenspunkte zu. Diese arme Person. Ja, ja, genau. Der hat aber auch für 3 Mana Aussätzen 2. Würde auch gehen. Und dann kommt der mit die Ohren mal richtig runtergebrannt. Dann ist die so, bam. Genau. Leben der Äste. Für 4 Mana Verzauberung. Alle Wälder und alle Saprolinge sind zusätzlich zu den anderen Typen 1,1 grüne Saproling-Kreaturen und Waldländer. Und deine Wälder sind Wälder und deine Wälder sind Saprolinge. Was aber gut ist. Ja, klar. Kristallscherbe für 3 Mana, Artefakt, für 3 Mana tappen oder blau und tappen, bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Businesses zurück, es sei denn, ihr Beherrscherbe zahlt 1. Damit kannst du auch unglaublich rumnerven. Also du kannst zum Beispiel bei dir einfach vorsichtshalber Kreaturen zurücknehmen oder du spielst halt damit, dass du irgendwas irgendwann Kampf und Play-Effekt hast und du kannst den Gegner mal total rumnerven, weil der muss ja eigentlich immer 2 Mana frei halten. Du kannst ja sagen, ich mach das in meiner Runde, aber ich mach das in deiner Runde, okay. In meiner mache ich es nochmal. Ja. Und die Ghulhorden in voraus. Boah, krass. Rückprall. Für 2 Mana spontan, aber du kannst eine blaue Karte aus deiner Hand ins Exil schicken, anstatt die Mana Kosten sowas zu bezahlen. Bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Businesses zurück. Gut. Ah, super. Ja. Guck mal, hatten wir alles hier schon. Ah, jetzt alles schon, was ich alles schon vorgelesen habe hier, ne? Dickhäutiger Goblin. Für 2 Mana, 2,1. Du kannst 0 bezahlen, anstatt die Echo Kosten von bleibenden Karten, die du kontrollierst, zu bezahlen. Oh. Oh. In dem Zeit ist er richtig gut, ja? Das ist ja sehr, sehr fies. Und für ein rotes, der dicke Goblin hält Schutz vor Rot, bis wenn es zu ist. Sehr starker Effekt. Schlammbohr. Für grün und beliebig 2,1er Ofis mit Sumpftarnung. Und für ein grünes kann die regenerieren. Oh, sehr gut. Ist sehr gut. Zu Staub zurückkehren. Für 4 Mana, spontan, schicke ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Falls du den Zauberspruch während deiner Hauptphase gewirkt hast, kannst du bis zu ein weiteres Artefakt oder eine weitere Verzauberung deiner Hand nach deiner Wahl ins Exil schicken. Da-dum. Oh. 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 Bam. Du den ist vorne. Bam. Da ist er. Bam. Den Tamogolf gezogen. Hi. Ich bin einfach toll. Ich bin einfach toll. Ja, ja. So. Für ein grünes, ein beliebiges, ein Lurgolf mit Sternchen und Widerstandskraft 1 plus Sternchen. Die Stärke des Tamogolfs ist gleich der Anzahl an Kartentypen in allen Friedhöfen und seine Widerstandskraft ist gleich die 3,5 plus 1. Kannst du das auch? Ich will immer sagen, ich liege wieder auf das. Ja, du liegst hier da vorne, ja. Ich liege wieder da vorne. Paradoxes Ergebnis für 4 Mana Spontanzauber. Ja, aber jetzt kannst du nicht sagen, du hast schon mal einen Tamogolf geöffnet. Ich glaube, einen Tamogolf geöffnet. Ja. Finde ich gut. Ja, finde ich schon mal gut, ne? Finde ich schon. Ja. Bringe eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten deiner Wahl, die du kontrollierst und die weder Länder noch Spielstände sind, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Ziehe für jede auf diese Weise auf deine Hand zurückgebrachte Karte eine Karte. Ja. Und Lano. Ja, ich weiß nicht. Ich bin einfach super. Ja, das ist gut. Also jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal zufrieden, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall zu sehen, du wirst mich auf jeden Fall auch nicht mehr einholen. Du, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Warte mal. Hast du mir doch ein Folter, oh Gott. Ich habe ja schon mal die Chalice gehabt und mal gucken, was noch so kommt. Wir haben ja noch, immer noch, du hast ja praktisch ja die Möglichkeit, du hast ja zwei Rare Mythic Slots gesehen. Ja, das ist einfach mal was da ganz. Und den Vollslot hast du eventuell auch noch. Herbstanfang, ja. Hatma. Hatma, gut. Hatma. Hatma alles schon wieder. Hatma, hatma, hatma. Hatma, hatma. Jetzt die ganzen Gams-Taube ist wahrscheinlich schon durch, fast. Gut, gut. Spannung, Spannung, Naturo Schamane. Hatten wir auch. Hatten wir schon. Ja, natürlich hatten wir den. Den hatten wir nicht. Den hatten wir nicht. Wütender Remasuri für sechs Mana, drei, drei, aber alle Remasuri-Kreaturen haben Doppelschlag. Sehr, sehr fies, wenn die stärker sind. Der Rundt an Mariti auf, ja. Dressierter Handlanger für drei Mana, 0,2, ein Homunculus-Verteidiger Eile. Für Tappen ziehe eine Karte und wiff dann eine Karte ab. Mechanische Hydra für fünf Mana. Die Mechanische Hydra kommt mit vier Plus 1 Plus 1 Marken ins Spiel. Sie sind 0,0, ne? Immer wenn die Mechanische Hydra angreift oder blockt, entferne eine Plus 1 Plus 1 Marker von ihr. Falls du dies tust, fügt die Mechanische Hydra einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Und für Tappen lege eine Plus 1 Plus 1 Marker auf die Mechanische Hydra. Auch schön, ne? Ja. Steinplatten von Trocaire. Das ist kein Tamogol. Das ist kein Tamogol. Das ist aber auch eine gute Karte. Ein legendäres Land. Tappen ein weißes Mana. Wenn die Steinplatten aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt werden, kannst du dein Bibliothek nach einer Ebene Karte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek mischen. Ja. Und verächtlicher Heap. Für blau und beliebig, spontan, zauber, neutralisier ein Zauberspruch deiner Wahl mit umhörigen Mana kostet von vier oder mehr. Und die teile Schreiber-Subi. So, ich habe hier noch sechs Booster. Alles noch ganz entspannt. Alles noch ganz entspannt. Du hast also noch sieben Booster. Ja, da kommt noch was. Ja. Sognug. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich. Ja, ja. Schwindsucht. Auf Englisch hat die so einen Namen, sollen die so Füße. Ja, bitte, bitte. Sieben Mana Hexerei. Aber Aussetzen für zwei und dann fünf Zeitmarken. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Ihr Beherrscher verliert Lebenspunkte in Höhe ihrer Stärke plus ihrer Widerstandskraft. Ja, warum nicht, ne? Du musst das Ziel ja immer erst dann ansagen, wenn der Spruch gewirkt wird. Also insofern kannst du einfach gucken, was dann da liegt. Verschwenderischer Feuerkundler für drei Mana 1,1 und für Tappen fügt er einem Ziel deiner Wahl an Schadenspunkt zu. Der rote Tim weiß das. Nachtschattenmeuchler für vier Mana, zwei Einser, Menschenassassinien mit Erstschlag. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du x schwarze Karten aus deiner Hand offen vorzeigen. Falls du dies tust, erhält eine Kreatur deiner Wahl minus x minus x bis zum Ende des Zuges. Und er hat Wahnsinn für zwei. Du kannst also auch für Wahnsinnskosten sprechen. Saugende Wellhornschnecke ist auch kein Taubegolf. Kein zweiter Taubegolf, Mann. Für sechs Mana 1,1. Ein Brett. Ein richtiges Brettchen. Ah, klar. Aufblitzen fliegend. Oh, das ist richtig stark. So, aber wenn die saugende Wellhornschnecke ins Spiel kommt, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Lege x plus 1 plus 1 Marken auf die saugende Wellhornschnecke, wobei x gleich geumwertet Mana kostet einen Zauberspruch ist. Ja, kann auch gut sein, ne? Der kostet halt immer noch viel Mana. Aber er kann dann gut sein. Und eine Ödnis haben sie auch in dem Design. Ist ja lustig. Alles klar. Die gefällt mir übrigens. Einfach eine Ödnis. Einfach mal eine Ödnis. Einfach ein Land. Ich weiß ja nicht, ob man die jetzt drauf eine Ödnis ziehen möchte unbedingt. Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt, aber okay. Wir nehmen es einfach hin. Wir haben Taubegolf. Also das war jetzt glaube ich der beste Buster, den wir hatten. Die Saugende Wellhornschnecke und eine Ödnis. Ey. Das kann natürlich auch passieren, ne? Dafür hatte ich die Runde drauf. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, jetzt muss man was kaufen. Ja, jetzt muss man was sein, was du kannst. Ja, ja, ich, ja, los, komm. Also dieser Buster wird auf jeden Fall besser werden, als der Buster, den du gerade hattest. Ja, war das denn? Habe ich jetzt nicht erwartet, ne? Vielleicht ziehst du ja jetzt nochmal eine Ödnis. Gemurmel der Diener hier für vier Mana. Hexerei, du ziehst x Karten und verlierst x Lebenspunkte, wobei x gleich der Anzahl an Kreaturen ist, die du kontrollierst. Super. Furchteinflussende Rückkehr. Für vier Mana bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück und wir haben Rückblende, opfere drei Kreaturen. Dann könntest du es also nochmal sprechen. Ursaatsfabrik erzeugt farbloses Mana und für sieben Mana erzeugt einen 2-2 farblosen Montagearbeiter. Ursaatsarbeiter? Ja, ja. Und ein Schwarmstein. Für zwei Kreaturen, die du kontrollierst, sind zusätzlich für einen anderen Kreaturen-Typen Remazuris. Oh, ganz, ganz fies. Ja, der ist halt gut im Remazuri-Deck. Ach was. Ja, ja. Und ein manischer Laborant für drei Mana Mensch-Zauberer 2-2. Falls du eine Karte ziehen würdest, während deine Bibliothek keine Karten enthält, gewinnst du stattdessen die Partie. Ja. Das ist die Kombo-Karte zu der anderen Karte, die ich hatte. Der 10-10er. Der 10-10er, du musst deine Bibliothek extra halten. Ja. Dann gewinnst du nämlich die Partie. Bam. Damn. So. Jetzt wissen wir es. Krasser Flex. Mhm. Gibt es da bestimmt ein Deck mit. Also der Affen-Gast, aber das übrigens richtig gut. Ja. Und weiter. Ja, nur dass du es mal weißt. Nur dass du es mal weißt. Das ist eine sehr teure Karte, die man jetzt wieder kriegen kann. Hatten wir schon. Ja. Zeitspalten-Ritter, Schutz vor Schwarz, Flankenangriff 2-2. Aussetzen drei Marken für drei Mana. Wenn die letzte Zeitpunkt vom Zeitspalten-Ritter entfernt wird, während der im Exil ist, erzeuge einen 2-2-Schwarzen-Ritter-Kreaturen-Schwürden, Flankenangriff, Schutz vor Schwarz, Schutz vor Weiß und Eile. Da ist der Token her. Ja, das ist der Kulturen. Sturmwolken-Gin. Für fünf Mana fliegen 3-3. Kann nur fliegende Kreaturen blocken. Und für zwei rote erhält er plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges und fliegt dir ein Schadenspunkt zu. Und Dunkleherz-Remasuri für schwarz-grün 2-2. Alle Remasuris haben, opfere diese bleibende Karte. Du hältst drei Lebenspunkte dazu. Kannst du auch ordentlich aufhören, ne? Ja. Und Gräberschleicher. Den hatten wir schon. Kloster Flink-Sperr. Auch eine sehr gute Karte. Ist übrigens ungewöhnlich, aber hat eigentlich schon so Rare-Status. Für ein rotes Mönch, Stärke 1, Widerstandskraft 2, Eile. Und für ein rotes Mana hat er dann auch noch Bravour. Das heißt, immer wenn du ein Nicht-Kreatur-Zerbalsch probierst, erhält diese Kreatur plus 1 bis 1 Prozent des Zuges. Oh, sie ist 1. Ja. Und wir haben noch einen Goblin. So. Fünf Booster. Das war kein Wüns. Ne, der war besser jetzt. Ich hab noch... Ja, auch noch fünf Booster. Ist ja klar. Was? So. Jetzt haben wir uns eingegroovt, ne? Ja, also ich bin uns sowieso jetzt schön zufrieden, ich hab glaube ich das nicht. Ja, 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 ja. Gehas Hymne. Ist jetzt Ankamm, war früher Rare. Für drei Mana, Verzauber und Kreaturen, die du kontrollierst, hat ein plus 1 bis 1. Ja. Also zum Beispiel auch die ganze Sub-Rollinger oder so. Ja, auch gut. Kalsi der. Großas Eingriff, auch eine schöne Ankammkarte für ein grünes und zwei beliebiger Sekundenbruchteil. Zerstörer, ein Artefakt oder eine Verzauberung an der Wahl. Ja. Und Pakt der Verneinung. Auch eine Turnier-Rare-Karte. Für 0 ist ein blauer Spruch. Das sieht man übrigens an dem blauen Punkt hier, weil ansonsten definiert sich die Farbe einer Karte immer über die Mana-Kosten. Und es hat ja Mana-Kosten 0. Wow. Deswegen ist der blaue Punkt da, wenn du es auch mal weißt. Ja. Zorn. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Für 0. Ist ja schon mal schön. So, bezahle zu Beginn deines nächsten Versorgungses und wenn es 5 Mana, falls du es nicht tust, verlierst du die Partie. Aber du kannst halt für 0 Countern, da rechnet der Gegenüber ja auch nicht mit. Und wenn er einmal weiß, dass du es in so einem Pakt spielst, dann hat er Schiss. Stimmt. Dann hat er die ganze Zeit Schiss. Das stimmt. Für 3 Mana 2 2er Ratte, die unbarmherzigen Ratten erhalten plus 1 plus 1 für jede andere Kreaturen namens unbarmherzige Ratten im Spiel. Ein Deck kann eine beliebige Anzahl an Karten namens unbarmherzige Ratten erhalten. Ratten sind halt viele. Die sind richtig unbarmherzig. Ja. Ich finde die super. Super. Und ein Lanova Lehrmeister in Volle. Und wir haben auch den ungeziefer Friedhof gehabt. Ja. Also du kannst Ratten auch regenerieren, wenn du willst. Ja. Super. Geil. Oh gut, ist jetzt ganz easy, ne? Ja. Jetzt ist der Druck raus. Hat den Tauber aufgezogen. Jetzt ist man entspannt beim Öffnen, ne? Ich hätte gerne euch sehr gut. Jetzt geht es mir auch noch um den zweiten Tauber. Nein, nein, nein. Das wird nicht passieren, glaube ich. Aber durch die Gegend trampeln für 6 Mana Hexerei Domäne. Bis zum Ende des Zuges verursachen Kreaturen, die du kontrollierst. Trampel schaden und wer hat plus 1 plus 1 für jeden Standardlandtyp unter den Ländern, die du kontrollierst? Geächteter Dünenreiter für 2, 1-1, Schutz vor Grün. Zu Beginn jenes Endsegments und falls der geächtete Dünenreiter in diesem Zug einen Gegner Schaden zugefügt hat, lege einen plus 1 Mark auf ihn. Das ist der wehende Derwisch in Schwarz. Verzögern für 2. Spontanzauber. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Falls der Zauberspruch auf diese Weise neutralisiert wird, schicke ihn mit 3 Zeitmarken ins Exil, anstatt ihn auf den Friedhof seines Besitzers zu legen. Falls er nicht Aussetzen hat, erhält er Aussetzen. Und dann kriegt er ihn dann halt einfach verzögert. Und jetzt, oh, Kavek der Gnadenlose. Für 5 Schwarz und Rot, ein 5-4er-Legendärer Mensch-Schamane. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt, fügt Kavek der Gnadenlose einem Ziel deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe der umgewandelten Mana-Kosten des Zauberspruchs zu. Eine ganz, ganz böse Multiplayer-Karte. Kann auch ein Commander sein. Und ein Raktus-Amulett für Schwarz-Rot. Spontanzauber bestimme eines, schicke alle Karten aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Oder jede Kreatur fügt dem Beherrscher einen Schadenspunkt zu. Ja. Und Goblin. So. 4 Buchstaben. Ja. Huiui. Also wir hatten bisher jetzt glaube ich 3 Mythics. Ich habe tatsächlich nicht mitgezählt. Ja, doch, doch, doch. Aber wir hatten ja auch Besuch in der Ewigkeit. Den Magus im blauen Pakt. Ja, das ist wahrscheinlich nur das. Also höchstwahrscheinlich werden wir in diesem Buster noch eine Mythic-Zie. Das wollte ich damit sagen. Zweiter Thamur. Ich bin da nicht gierig, aber sowas richtig dickes jetzt noch mal. Ja. In foil. Würdest du gerne nehmen, ne? Einfach nur mal. Ja, ja, ja. Wird ja jeder. Wird ja jeder. So. Schivanischer Sandmagier. Für 4 Mana, 3 Zweier. Viachino-Schamane. Wenn er ins Spiel kommt, bestimmt eines. Entferne zwei Zeitmarken von einer bleibenden oder ausgesetzten Karte deiner Wahl. Lege zwei Zeitmarken auf eine bleibende Karte deiner Wahl, auf der mindestens eine Zeitmarke liegt oder eine ausgesetzte Karte deiner Wahl. Und aussetzen für 4 für ein rotes Mana. Mhm. Wolkenseer. Für 2 Mana, 1,1er, fliegende Feenspruchwandler. Für Blau und Tappen wirf eine Karte ab. Erzeuge einen 1,1 blauen Feenwesen-Kreaturen-Spielstand namens Wolkentänzer. Deswegen der Wolkentänzer-Toggen. Ja. Er hat Flugfähigkeit und der Wolkentänzer kann nur fliegende Kreaturen. Glocken. Davonwischen. Bring eine bleibende Karte deiner Wahl auf die Hand. Das ist zurück. Mit Sekundenbruchteil ist auch gut. Das hat Paulus. Und Vision der Ahnen. Da haben wir doch die nächste Mythic-Ware. Ja, das hat's gesagt. Auch eine sehr, 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 sehr schöne Karte. Eine Anlehnung an den Ancestral Recall. Für einen blauen auf Mana drei Karten ziehen. Wie meiner Meinung nach eigentlich die beste Magic-Karte, die es gibt in Magic. Weil Karten sich das Spiel gewinnt. Ja. Jetzt ist es gar keine Casting-Kosten. Ist aber eine blaue Hexerei. Das siehst du an dem Pünktchen. Aua. Und für blau kommt sie mit Aussätzen vier. Also für vier Zeitmarken kommt sie da rein. Und wenn sie dann praktisch die letzte Zeitmarke runter nimmst, dann zieht ein Spieler deiner Wahl drei Karten. Ja. Auch gut. Ist wieder so eine gute Karte. Wenn man sie hat, dann kann man sie einfach in jedes Deck reinpacken. Ja. Na, fertig. Schau mal beim Fußball. Spiegelwesen. Den kannst du ja damit ziehen. Spiegelwesen. Für ein blaues und zwei beliebige. Ist übrigens auch eine Rare-Karte. Da hätten wir jetzt hier Mythic und Rare. Also so gehen wir auch nochmal. 1-1er Wandelwicht. Das heißt, diese Karte hat alle Kreaton-Typen. Wäre also auch ein Grimazugi zum Beispiel. Und für X bis zum Ende des Zuges haben Kreaton, die du konzentrierst. Basis, Stärke und Widerstandskraft XX unterhalten alle Kreaton-Typen. Ja, unser Punkt. Der kann doch bei mir auch noch was, siehst du? Ja, das ist super. Ja, das kann man ausgleichen. Ausgleichen, die Gerechtigkeit. Veraffung. Für ein blaues, spontanen Zauber zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. Ihr Beherrscher erzeugt ein 3-3-grünen Menschen-Affekreaturen-Spielstein. Damit machst du meinetwegen zum Beispiel den Tamograff kaputt. Ja, doch. So, Harmonie-Remazuri. Für beliebig grün und weiß. Remazuri 1-1. Alle Remazuris haben, wenn diese bleibende Karte ins Spiel kommt, zerstöre ein Artefakt und eine Verzauberung deiner Wahl. Ja. Sehr guter Remazuri, ja. Stein und Mänteler für ein weißes und zwei. Ein Gargoyle, Stärke 3-Widerstandskraft 2. Aufblitzen, fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, bring eine Kreatur, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Wenn er ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof und Exil. Ne, Special. Engel der Errettung, guck mal. Für 8 Mana. Teuer. 5,5. Fliegend. Aufblitzen, einberufen. Das heißt, deine Kreaturen können dir helfen, indem sie Tabs machen. In jedem Fall den Castingkosten her günstiger. Wenn der Engel der Errettung ins Spiel kommt, verhindere die nächsten 5 Schadenspunkte, die in diesem Zug einer beliebigen Anzahl an Zielen deiner Wahl zugefügt würden. Du bestimmst die Aufteilung. Hm. Ja. Ziel kannst auch du sein. Schweigen. Das war wieder Doppel-Rare. Für ein weißes Mana-Spontanzauber. Deine Gegner können in diesem Zug keine Zaubersprüche wirken. Sehr gut. Das ist, glaube ich, die dritte. Ich glaube, ein episches Experiment ist auch eine Rare-Karte. Das ist ja seine Karte aus dem Cycle aus dem Fall. Hatten wir aber gerade. Schon. Ja. Deswegen lese ich sie ja nicht mehr oft. Ja, aber das ist eine Cycle-Karte in voll. Also man kann auch die Cycle-Karten da, also die aus der Letzte nenne ich jetzt mal, in vollziehen. Hm. Finde ich mit normalen Karten. Hm. Interessant. So, drittletzter Buchstab bei mir. Ja, bei mir auch. Hm. Hm. Mal gucken, ob dir jetzt noch was Gutes öffnet. Natürlich. Ja, klar. Einen schlammigen Drupp. Ja, super, klar. Für 5 Mana 3,3. Auflitzende Bestie. Okay. Auflitzende Bestie. Und da ist die Timeshifted-Karte teurer als die Rare. Das ist der Ritter des Reliquienschreins. Wow. Für 1 und Grün und Weiß, 2 Zweier-Menschritter, der Ritter des Reliquienschreins, erhält plus 1, plus 1 für jede Länderkarte in deinem Friedhof. Und für Tappen, ob für einen Wald oder eine Ebene, durchsütteln deine Bibliothek nach einer Länderkarte, bringen sie in den Spiel und mischen dann deine Bibliothek. Ja, auch sehr gut. Also das kannst du auch da nochmal stärker werden lassen. Und befestigen in voll. Genau, hatten wir als reguläre Karte auch schon gehabt. Und nochmal ein Kobold-Token, der passt ja. Guck mal, es ist ja. Let's hope so. Hm. Zack. Elfenbarie soll ich nicht mehr. Ja, ne. Hat man schon. Okay. Basalt-Gargäuel. Für zwei Beliebige und ein rotes 3,2er Gargäuel fliegen mit Echo von 3. Und für rot der Basalt-Gargäuel erhält plus 0, plus 1, bis man es zu ist. Imperiosaurus. Imperiosaurus, damals auch eine sehr starke Karte, ja. Vier Mana, 5,5. Verwende nur Mana, das von Standardländern erzeugt wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken. Das ist die Einschränkungen. Ja. Aber es ist ein Dino. Ja, ja. Radha. Erbin von Kelt. Für Rot und Grün. Zwei, zwei, legendäre Elfkrieger. Immer, wenn sie angreift, kannst du zwei rote Mana erzeugen. Und für Tappen erzeugt sie ein Grünes. Das ist böse. Oh. Ja. Ja, das bringt man wieder. Also für alle Zuschauer, die gerade so ein bisschen das Geldliche mitzählen, dann macht es wieder ping, 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 ping. Das ist ja auch eine Mythic, ne? Ach ne. Ja. Nemesis des wahren Namens. Für zwei Blaue, ein beliebiges Mervolk, Räuber, Stärke 3, Widerstandskraft 1. Ja, ich weiß nicht. Okay, liegt da vorne. Zwei Booster habe ich noch. So wie die Nemesis des wahren Namens ins Spiel kommt, bestimme einen Spieler. Die Nemesis des wahren Namens hat Schutz vor den bestimmten Spielern. Das hat auch nur, es gibt auch nur diese Karte im Endeffekt, die das hat. Ukos, Vetter, Unhold, jo. Hatten voll, hatten wir schon. Kann man suchen. Gut. Ja, habe ich einfach fett geöffnet. Muss man mir einfach lassen. Ja, das gilt ja, also es wurde ja auch schon geschrieben, das ist praktisch hier, Zeitspieler, die du machst hast, ist so ein kleines Master-Set, ne? Weil du kannst natürlich auch, jetzt stell dir mal vor, du ziehst die Nemesis oder der Tamogolf im Foil. Das kann natürlich auch passieren. Na dann, ne? Es ist natürlich entsprechend selten, aber die Möglichkeit ist halt, die Möglichkeit ist halt da, ne? Also der Lotterie-Effekt, äh. Aber schon Tamogolf sozusagen ist super. Ist schon vorhanden, ja. Das ist halt einfach, aber du hast ja auch zwischenzeitlich einen richtigen Top-Booster-Eröffnung, haben wir ja auch gesehen, ne? Psychotischer Anfall für, äh... Hatten wir schon. Hatten wir schon? Ja, gut. Okay. Ja, äh, doch. Ja, möglich. Egal. Okay. Ja, ja, ballern. Magierin für alle Fälle. Für drei Mana, zwei Zweier legendärer Mensch, Spruchwandler für Rot, wirf und tappen, wirf eine Karte ab. Zerstöre eine blaue bleibende Karte deiner Wahl. Für Rot und beliebig und tappen, wirf eine Karte ab. Ja, ja, äh, fügt einem Ziel deiner Wahl drei Schadenspunkte zu. Eine Kreatur, der auf diese Weise Schaden zugefügt wurde, kann diesem Zug nicht regeneriert werden. Oder für sieben Mana und tappen, wirf eine Karte ab. Sie fügt jeder Kreatur und jedem Spieler sechs Schadenspunkte zu. Ja. Seinerzeit gab es noch keine Plane-Bogger. Aha, ja, die Ballert, genau. Aha, witzig. Und Ninja der späten Stunde für vier Mana, ein Mensch, Ninja mit Ninjitzu, steckt jetzt auch wieder auf zwei, Ninjitzu kostet zwei Mana. So, das heißt, für ein Blaues, ein Beliebiges, bringe einen ungeblockten Angreifer, den du kontrollierst, auf deine Hand zurück, bringe diese Karte aus deiner Hand getappt und angreift in den Spiel. Heißt, ne, erklärt, wir können praktisch dann die Kreatur tauschen gegen den Ninja, der dann ja auch schon angreifend ist. Immer wenn der Ninja der späten Stunde einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Das heißt, in dem Falle lässt du uns eigentlich mal eine Karte ziehen. Und die Spinner. Oh, ich hab nur noch einen Booster. Ah, ist jetzt hier auch mein vorletztes. Ja, noch ein Gemma drüber, so, ja. Und man kommt ja einfach auch wieder ran an diese alten Karten, ne. Formender Parasit, für zwei Blauen, ein beliebiges, zwei, dreier Illusionen, Morph für drei. Und wenn der formende Parasit aufgedeckt wird, der hat eine Kreatur deiner Wahl, plus zwei, plus zwei, plus zwei, minus zwei oder minus zwei, plus zwei, bis wann es so ist. Skrupwaldläufer, für zwei Mana, eins, eins aufblitzen. Fliegenschutz vor Blau ist ein Feenwesen. Bringe einen Wald, den du kontinuierst auf die ganzen Besitzer zurück. Enttappe eine Kreatur deiner Wahl, aktiviere die Fähigkeit nur einmal pro Zug. Schwefel-Elementar, für drei Mana, drei, zwei Elementarwesen mit Aufblitzen und Sekundenbruchteil. Weiße Kreaturen erhalten, plus eins, plus eins, minus eins. Plus eins, minus eins, Entschuldigung. Schicksalsrat, das ist auch eine sehr gute Karte. Ja, noch eine Mythic. Ja, die du halt nur mit Aussetztenkosten sprechen kannst, also für ein rotes, ein beliebiges und dann musst du vier Runden lang warten. Ja, guck mal, die ist rot, das ist auch ganz so ein, die sind so ein Boot. Gut. Ja, das ist sehr gut. Jeder Spieler wirft alle Karten aus seiner Hand ab und zieht dann sieben Karten. Das wäre sinnvoll, wenn du keine Karten mehr verhandlst und der Gegner hat zum Beispiel sieben Karten. Und ein Kreischmaul. Für fünf Mana, drei, zwei Elementarwesen verursacht Furcht. Wenn das Kreischmaul ins Spiel kommt, zerstöre eine nicht schwarze, nicht artifact Kreatur deiner Wahl und herbeirufen kannst du es auch für ein schwarzes, ein beliebiges. Das heißt, du kannst diesen Zauberstuf für seine Herbeirufenkosten wirken. Falls du es tust, wird die Kreatur geopfert, wenn sie ins Spiel kommt. Finde ich auch gut. Mhm. Und ein düster Wahlort im Foil. Und auch immer so rum. Der letzte Booster. Gar nicht. Das ist der letzte Booster. Ja, okay. Der vorletzte Booster, aber von dir der letzte Booster. So. Ja, jetzt ja immer noch, du jetzt hier nochmal schön zelebrieren. Oh, dass du dich in eine richtige Bombe öffnen kannst. Ja, ich habe dir die besseren Booster gegeben, als du zu Hause da so am Jammern gewonnen hast. Ja, klar, klar. Ich habe das ja aufgezahlt am Anfang. Ich wusste, dass du da auch was da drin hast. Jetzt, 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 jetzt langsam, jetzt langsam. Jetzt langsam, jetzt langsam. Sorgfältiges Abwägen hatten wir schon. Tropiamyku auch. Hatten wir auch. Hatten wir auch. Sturmwesen. Okay, jetzt. Trommelfirbel. Pakt des Gemetzes. Weiter mal. Ptsch. Der schwarze Pakt. Für null. Ist übrigens eine schwarze Karte. Oh. Hätte ich jetzt nicht genau. Zerstöre eine nicht schwarze Kreatur deiner Wahl. Bezahle zu Beginn deines nächsten Versorgungsegments ein schwarzes Wahlbeliege. Falls du das nicht tust, verlierst du die Partie. Okay. Und Torbogen von O-Ratzka. Aufstieg. Das heißt, falls du zehn oder mehr bleibende Karten kontrollierst, erhältst du den, für den Rest der Partie, den Segen der Stadt. Ah, ne, das war es so, Mann. Ja, irgendwie in Ixalan irgendwas, meine ich, ne? Und für Etappen erzeugt ein farbloses Mana. Und für fünf Mana und Tappen ziehe eine Karte. Aktiviere die Fähigkeit nur, falls du den Segen der Stadt hast. Und Sabolintogen. Okay, du hast besser gezogen. Ja, okay. Ja, genau. Jetzt hoffnummern. Und jetzt, ich habe hier nochmal ein letztes Lusserals. Ich habe schon so gut geöffnet, das ist wahrscheinlich, das ganze Glück jetzt schon weg. Aber mal gucken. Hoffnung. 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 Und dann, die Führung des Greifen für drei Mana, Aura, verzauberte Kreatur, die verzauberte Kreatur hat plus, zwei plus zwei und Flugfähigkeit. Wenn die verzauberte Kreatur stirbt, erzeugern zwei zwei weißen Greif-Kreaturen-Spielstern mit Flugfähigkeit. Finde ich total richtig. Die ist echt sehr, sehr stark. Plötzlicher Schock. Hat man schon. Schießschaden, ja. Geschmolzener Schlackhaufen. Können wir ansparen auf Schwarz und Rot. Und... Ein Pilz-Remasuri. Nur mal ein Remasuri. Und ein Pilzwesen. Ja. Für vier Mana zwei zweier Pilzwesen-Remasuri. Alle Remasuri-Kreaturen haben, immer wenn diese Kreatur Schaden zugefügt wird, lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf sie. Das ist auch gut. Hat auch eine gute Karte überführt. Ja, ja, ja. Spiel stark auf den Tag. Und den Evolutionssprung. Für beliebig und grüne Verzauberungen und für grün opfere eine Kreatur. Decke Karten oben von deiner Bibliothek auf, bis du eine Kreaturen-Karte aufdeckst. Nimm jene Karte auf deine Hand und lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Und wohl gut dazu. Wow. Okay. Also, sagen wir, sind wir doch zufrieden mit, oder? Ja. Also ich denke auch, dass Zeitspirale schon eine tolle Zeitreise auch gibt. Entsprechend in, ja, die drei Editionen, Zeitspirale, Welten, Chaos und Blick in die Zukunft. Also wie du schon selber sagst, du warst ein Jahr alt, also du. Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie es sich spielt, weil es wird sich einfach auch noch mal ganz anders anfühlen, spielerisch, mit all diesen Fähigkeiten. Ja. Und ihr habt gesehen, man kann natürlich auch noch richtig lucky gehen, oder vielleicht auch nicht. Also, je nachdem, wie viel man halt entsprechend öffnet. Und, ja, schreibt mal in die Kommentare, wie eure Feelings dazu sind. Wenn ihr euch die Artikel gönnen wollt, wie gesagt, das Produkt ist sehr limitiert, also wartet damit dann entsprechend nicht zu lange. Ist vielleicht auch eine gute, gute Sache zum einfach haben wollen, mal wieder rankommen oder auf die Seite legen. Aber teilt uns gerne mal eure Mitteilungen, eure Feelings mit. Und, ja, gebt gerne ein Abo, gebt gerne einen Kommentar, gebt gerne ein Like. Schaut gerne in die anderen Videos auf unserem Kanal rein. Und ich hoffe, wir haben euch einen guten Einblick gegeben, euch gut unterhalten. Du bist sowieso happy jetzt. Ja, ich bin sowieso happy. Willst du noch was sagen? Ja, ich bin einfach besser als du. Ganz klar. Ja, ist ganz toll. Ganz großes Kino. Ja, dann sind wir mal raus. Und wünsche euch selber viel Spaß im Magic Gathering Gesundheit. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.